Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Trek am Dienstag. Wir wollen spielen oder wir wollen touren? Haben wir letzte Woche gespielt oder getouren, Sebastian? Wir haben letzte Woche gespielt, Herr Kämter. Scheiße, letzte Woche haben wir getouren, Herr Kämter, meine ich. Ja, ich habe ein bisschen Durst. Wollen Sie eine Spreit? Nee, ich will keinen Spreit. Ah, okay. Keine Ahnung, ob dieser Einstieg für euch da draußen funktioniert, für uns tut das. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, mit uns auf eine Reise geht in die Weite der Galaxie auf die Station Deep Space Nine. Sebastian, ich habe deinen Namen schon gesagt. Hiermit heiße ich dich auch ganz offiziell willkommen zur heutigen Aufnahmesession. Wie geht es dir? Ach, mir geht es ganz prima. Erstmal guten Abend, Simon. Danke der Nachfrage. Guten Abend. Mir geht es prima. Guten Abend. Und ich bin ja immer noch total schlapp von der Fettkorn, die wir jetzt hatten gerade. Ach, das war hart. Das war, boah, ey, also, aber gut, wer feiern kann, der muss auch arbeiten. Und von daher geht es mir heute richtig gut. Ich kann ein Bullshit erzählen, wenn der Tag lang ist, ne, Simon? Ich finde das super, ja, ja, ich weiß das ja. Deswegen haben wir ja weit über 400 Podcast-Folgen schon aufgenommen. Ja, ja. Weil du das so gut kannst. Die Leute glauben wieder, wir werden betrunken, wenn wir so wieder einsteigen in die Folge, aber das sind wir gar nicht. Also, wir sind einfach müde. Das hat neulich mal einer geschrieben, ne? Ja, hat neulich einer geschrieben. Habt ihr euch einen angeschickert oder so, aber wir hatten wir gar nicht. Doch, ich habe ja immer ein Bier auf, also ich kann das jetzt nicht leuchten. Ja, aber das ist ja, da bist du ja noch relativ gut beieinander. Da bist du vielleicht ein bisschen gelöst, aber du bist ja nicht, du bist ja nicht angeschickert. Das ist richtig. Das ist richtig. Nee, wir sind manchmal auch einfach so. Ja, ja, das ist. Heute ist auch wieder Sonntag, keine Ahnung, was da alles auf uns zukommt. Das wird noch sehr interessant. Ja, wie ist es dir denn, Simon, heute? Sehr gut. Es ist natürlich für uns noch vor der Fetcon, um mal das ein bisschen aufzulösen. Für euch ist es schon nach der Fetcon. Wir freuen uns sehr auf die Fetcon. Das steht ja bald bevor jetzt für uns schon absehbar. Wir müssen auch üben, Sebastian. Wir haben ja ein schönes Programm für euch da vorbereitet. Wir sind ja auch auf der Bühne gewesen schon für euch. Und wir hoffen, dass das alles gut gelaufen war. Wer war? War, genau, ja. Also von daher, also mir geht es gut. Ich habe jetzt tatsächlich, es ist ein Feiertag morgen, was sehr schön ist. Den brauche ich auch dringend nötig, den Feiertag. Ich habe auch noch einen Haufen Zeug zu erledigen. Aber danke der Nachfrage, mir geht es ganz gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich jetzt wirklich hier zu sein und mit dir zu sprechen. Also freue mich schon den ganzen Tag drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch, als ich die Folge gesehen habe vor zwei Tagen oder wann, das habe ich auch gedacht, jetzt mit Simon darüber sprechen, das wäre was. Ich habe ja schon nach Teil 1 eigentlich direkt mit dir weitersprechen können, wollen und so. Und dann kam der Kämter dazwischen auf einmal und hat gesagt. Der Kämter. Ja, der Peter Kämter kam dazwischen und hat gesagt, das macht man nicht. Und dann haben wir, ja gut, dann haben wir darüber gesprochen und jetzt sind wir in Teil 2. Und ich weiß, ich muss, du musst mir heute helfen, Simon. Weil ich bin aus der Folge beim Gucken dann weniger schlau geworden als aus der ersten. Die erste hat mich sehr klar zurückgelassen. Bei der zweiten brauche ich ein bisschen deine Hilfe, glaube ich. Ja, vielleicht brauche ich die ja auch. Scheiße. Mal schauen. Mal schauen. Na gut. Wieder in den ganzen Fragen sich da wieder auftürmen. Hat auch neulich einer geschrieben auf Twitter. Wenn ich eine Folge gucke von Star Trek, denke ich immer, was der Sebastian daran zu meckern hat. Habe ich heute gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber ich musste sich sehr lachen. Ja. Und das ist gut, dass ich so als dieser Meckerkopf dann so auch, man braucht ja so Rollen im Podcast, damit das funktioniert irgendwie so. Findest du, dass ich immer alles toll finde? Nein, das nicht. Aber du legst nicht so gemein den Finger in die Wunden vielleicht, wie ich es gerne tue. Ja, vielleicht. Ja, ich bin auch einfach nicht so schlau wie du und deswegen sehe ich diese Wunden gar nicht. Du erklärst mir das dann immer so schön. Und dann denke ich mir, ja, stimmt, da hat er ja recht. Schlau. Da habe ich milde drüber hinweg geguckt. Ich bin immer, wenn ich Star Trek gucke, bin ich in so einem Riker in der Steinzeitmodus. Ach Gott. Dann sitze ich immer da und denke, wenn ich irgendwas kapiere. Aber dann kommt der nächste Reiz und dann bin ich schon gedanklich woanders. Aber eigentlich ist das gut. Ja, nee, ach, schlau. Ich komme dir gleich dahin, du schlau. Na klar, bist du. Du bist ein schlauer Typ. Sehr schlau. Schlau. Aber heute wird irgendwie, wir sind heute irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich merke so eine gewisse Grundunzufriedenheit heute bei uns beiden. Wir müssen irgendwie da so reinkommen jetzt gleich mal, um uns besser zu fühlen mit all dem, was da passiert. Dabei geht es uns doch eigentlich ganz gut. Aber schauen wir mal. Du hast es, komm, dann lass uns einfach starten ohne große Umschweife. Du hast ja schon gesagt, wir besprechen heute den zweiten Teil eines Zweiteilers, der am 1. Mai 1994 in den US-amerikanischen Sesselkinos lief. The Maquis Part 2. Und in Deutschland? Schön zum Tag der Arbeit kam der in den USA, ne? Und dann haben wir auch viel gearbeitet, die Kollegen in der Folge, wo wir heute sehen. Die haben eine Menge zu tun, muss man mal sagen einfach. Und bei uns kam das einfach so hingerotzt. Kein Feiertag, kein nix. 26. September 1994 lief es auf dem Sender mit den bunten Bällen. SAT 1, wie Harald Schmidt immer sagte. Ja. Du hast mir neulich so ein wunderschönes altes Logo von SAT 1 gezeigt. Ja. Da bin ich ganz nostalgisch geworden. Also dieses richtig Original SAT 1, fett ausgeschrieben, mit diesem Wasserball daneben. Für mich war das immer Wasserball. Ja. Groß. Ganz großes Kino. Da kamen so die Erinnerungen hoch, weil eigentlich habe ich mit SAT 1, SAT 1 war immer oft für mich so das schlechtere RTL früher. Das war so irgendwie die zweite Wahl, wenn es ums Privatfernsehen ging, ne? Irgendwann kam ProSieben, das war dann neu und sexy. War es natürlich auch nicht, aber die hatten immer coole Filme. Und RTL hatte aber immer so, immer an Feiertagen, da kamen dann diese ganzen Stirb langsam und diesen ganzen Kram und Rambo, habe ich das erste Mal da im Fernsehen gesehen. Aber SAT 1 hatte halt Star Trek. Das hatte für SAT 1 gesprochen. Das war das große Ding von SAT 1. Und Harald Schmidt hat es auch. Und Harald Schmidt. Harald Schmidt zu guten Zeiten damals, das war ja, das war immer schön. Ja. Was hatte da, was hatte RTL in der Late Night? Thomas Koschwitz und Thomas Gottschalk. Sie haben es versucht, ne? Oh Gott, das stimmt. An diese Koschwitz-Nummer habe ich mich auch noch erinnert. Ja. Hatten die nicht auch mal Björn Hergen Schimpf? Hat der nicht auch mal was da gemacht? Björn Hergen Schimpf, der ist da angefangen als Moderator und der hat auch den Karlchen ja, diese Handpuppe gesprochen und gebaut und gemacht und getan. Und dann hat den, aber Anfang der 90er Jahre, haben die Öffentlich-Rechtlichen bei den jungen, modernen, privaten, den jungen, sexy Björn Hergen Schimpf aufgekauft. Haben die da rausgekauft. Und der hatte auf der ARD einige Formate, kannst du dich an die noch erinnern? Ja, kann ich mich, dunkel kann ich mich erinnern. Nicht mehr so den Inhalt, aber ich weiß, dass er dann im ersten war, ja. Ach, guck mal da, da ist ja der Björn Hergen Schimpf. Der hatte so eine Call-In-Show immer am frühen Nachmittag und die habe ich unglaublich gerne geguckt, weil da ging es so schön ruhig zu einfach. Da konnte ich mir bei Hausaufgaben machen. Das war noch, das war noch bevor Star Trek lief und dann konntest du dabei schimpfen irgendwie und dann kam eine Telefonnummer, so lautete der Sendungstitel. Da konnte ich dann wunderbar Hausaufgaben machen und habe schon so halb auf den Jean und den Bill gewartet. und die Alternative war ja, dass man auf die anderen Sender rüberschaltete und da war ja in den 90ern nur eins angesagt. Dann saß sie immer nur, du hast mein Baby entführt oder irgendwie so saßen sie dann dabei bei Arabella und Andreas Türk und so eine Scheiße. Kriegen wir so alle hin? Nee, nicht Brigitte Bardow, wie ist die Nummer? Brit, Brit gab es noch, Türk, ja klar, Ilona Christen, auch schon lange von uns gegangen, irgendwie vergesse ich. Bierte Karalus. Es gab es noch Derricky? Ah, Derricky, 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 der auch, ja richtig, stimmt, Derricky war auch noch da. Aber der Urvater war halt Hans Meiser, glaube ich, mit dem ging das alles los und hörte dann auch einfach nicht mehr auf. Ja. Viele, viele Monate lang lief dann diese Scheiße. Das ist richtig, ja. Dieser eine Typ, den ich immer mit dem, mit dem einen da verwechselte, der hatte auch noch eine Show. Hier, wer heißt? Pilawa und wie heißt der andere? Oliver, nicht Oliver Geissen. Doch, Oliver Geissen hatte, glaube ich, auch so was. Ohne Witz. Genau die beiden meine ich jetzt. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Ich habe ja, ich weiß nicht. Weil die beiden auch oft, also Pilawa und Geissen gab es noch und dann, wie hieß nochmal dieser andere Typ, der dann irgendwie Sport gemacht hat und so eine Fede hatte mit Reinhold Beckmann. Wie hieß denn der nochmal, der Blonde? Was? Es gab da mehr Beckmann und den anderen. Wie hieß denn der nochmal? Uli Potowski. Der ist ja von noch früher. Das ist ja so die Anfänge von RTL. Ähm, nicht Beckmann, sondern? Ja, jetzt geht's immer los hier, Freunde. Du weißt genau, wen ich meine, oder? Du weißt genau, wen ich meine. Du meinst, ähm, Heribert Fassbender. Nein. Guten Abend, allerseits. Reinhold Beckmann und sein Konkurrent, gebe ich jetzt mal einen. Ja. Ne, nicht Maybrit Illner, Quatsch. Wie hieß der andere, Reinhold Beckmann vom ZDF? Der andere, Reinhold Beckmann vom ZDF. Guck mal, Gregor Gysi. Sehr gut. Jürgen Fliegel gab's übrigens auch noch, Simon. Jürgen Fliegel gab's, genau, ja, ja. Das war, das, also das war das Schlimmste von allem, finde ich. Ja. Jürgen Fliegel war mit Abstand das Schlimmste von allem. Gut, der hat so rumgefremmelt, weil der war natürlich so dieser ehemalige Pastor und so dieser Schwiegermutterfreund. Aber da haben die Leute nicht so eine Hochhausgeschichten erzählt, wenigstens wie bei Arabella und Andreas. Ja, ist das, von daher konnte ich da schon eher mal hängenbleiben. Aber das andere fand ich einfach nur schrill. Und der Blonde hat auch diese Kochshow gemacht dann irgendwann, wo diese ganzen Küche da gekocht haben. Mit mich kommen die Aufnahmen. Vielleicht fällt uns das. H.P. Baxter? Ja, genau. H.P. Baxter war's. Ist auch musikalisch sehr erfolgreich gewesen im Nebenberuf, habe ich gehört. Vielleicht fällt es uns später wieder ein. Der hat doch auch die Bücher geschrieben mit Cthulhu und so. Oh. 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 So, jetzt bin ich warm. Jetzt bin ich gut gelaunt, Simon. Jetzt bin ich gut gelaunt. Jetzt ich auch, ja. Jetzt können wir bei Marquis Teil zweimal hier so eintauchen. Gucken wir weiter. Also, wenn man sich den zweiten Teil anschaut und sich die Credits vor allen Dingen anschaut, dann fällt einem auf, auch das ist wieder ein üppiger Autorencredit. Wir berichteten vorletzte Woche und der zeigt dann zuerst die drei Schöpfer von Voyager, nämlich Jerry Taylor, Richard Keith Berman und Michael Piller. Hat der einen zweiten Namen? Nee, ich glaube nicht. Nicht, dass wir wüssten. Alonso. Ich hätte, guck mal, ich hätte Alonso gesagt, du Alonso. Das war nicht abgesprochen. Das ist, das ist einfach, wir sind schon sowas von synchronisiert aufeinander. Das gibt's überhaupt nicht. Wir müssen aufhören eigentlich mit dieser Sache hier. Das ist das, wo soll das hinführen noch? Ja. Immer wenn ich denke, ich schreibe dem Sebastian mal was, dann bist du online bei WhatsApp. Und schreibst auch was. Das ist auch schon oft passiert. Ja, das stimmt. Der ist ja gerade online. Dann schreibst du dann irgendwas? Ich wollte ja doch gerade schreiben. Also, Taylor, Berman, Piller. Ja. Und wie sieht's unterhalb aus? Ach so, ja, die haben natürlich in Teil 1 ihre Voyager-Vorgaben, denn darum geht es, ja. Es geht darum, Voyager vorzubereiten. An die Hand gegeben, dem James Crocker. Und der hat dann in Teil 1 eine fertige Geschichte draus geschrieben und auch das Drehbuch zu seiner eigenen Geschichte. Und diesen Job hat er nicht zwei Wochen nacheinander gemacht. Das ist ja auch ein echter Blutjob, mit den dreien sich da sowas zu erarbeiten. Das hat dann jetzt in genau die gleiche Aufgabe in Woche 2 Ira Bear übernommen. Ira Steven Bear. Guck mal, bei dem Richard Keith Berman, bei Ira, ja. Ja, ist okay. Ja, und dann geht die Folge los und die geht los mit, wie so ein Zweiteiler, zweiter Teil losgeht, mit einer Rückschau, die ganz schön üppig ist, weil es auch eine volle erste Folge war. Aber es endet dann diese Rückschau mit etwas, was es nur in dieser Folge gibt. Man hört nämlich Majel Barrett, die sagt. And now for the conclusion. For, ne? Und in jedem anderen Zweiteiler sagt sie, and now the conclusion. The conclusion. Und das ist der einzige Zweiteiler, in dem sie das Wort vor sagt am Ende der Zusammenfassung. Und diese Infos bekommt ihr nur bei Track am Dienstag. So ist das. Ihr könnt damit nichts anfangen. Nö. Ihr könnt damit Leuten auf Partys komplett auf den Wecker fallen. Aber da kann man doch auch mal du zu sagen, oder? Da kann man du zu sagen. Mir ist es tatsächlich auch aufgefallen. Also, and now for the conclusion. Weil wir haben das schon so oft gehört. Und das ist halt, das kann doch nicht. Das hat die doch nicht. Und dann nochmal zurückgespielt. Das hat sie gesagt. Ja. Hat sie gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Die Marquis Part 1 endete ja auf diesem Planeten, wo man dann, man ist ja gerade auf einer Rettungsmission. Man möchte den Guldukat zurückholen, der entführt wurde vom Marquis. Und auf diesem Planeten wird man jetzt vom Marquis gestellt, beziehungsweise teilen des Marquis. Und es entpuppt sich, dass der Cal Hudson, der alte Kumpel vom Ben Sisko, mit dem er auf einer Akademie war, dass der jetzt ein führender Kopf ist bei den Marquis. Wenn nicht sogar der Anführer. Das wird nicht so ganz klar. Wird auch nicht so klar. Vielleicht haben die auch so einzelne Zellen, die nur so lose miteinander zusammenhängen. Wissen wir nicht genau. Aber Cal Hudson ist trotzdem eine große Nummer. Und Bashir und Kira, die werden jetzt einfach in Schach gehalten. Und währenddessen sprechen die beiden, ja, man kann schon sagen, eigentlich ehemaligen Freunde und reden ein bisschen Tacheles. Du sagst, die waren Studienkollegen. Und so wird uns das ja auch erzählt. Und Simon, dafür sind die viel zu unterschiedlich alt, oder? Das steht später in meinen Notizen. Genau das ist mir jetzt auch bewusst geworden. Lustigerweise ist es erst jetzt in Teil 2. In Teil 1 habe ich das so hingenommen. Aber der Cal Hudson sieht zehn Jahre älter aus als der Sisko. Und weißt du, woran das liegt, Simon? Er ist zehn Jahre älter als der Sisko. Ja, der Bernie Casey ist einfach mal zehn Jahre älter als der Avery Brooks, so. Aber, pass auf, ich habe mir eine Erklärung zurechtgelegt. Der ist in ein Zeitloch gefallen und ist als 25-Jähriger wieder zurückgekommen. So wie Alexander letzte Woche vielleicht, nein? Cal Hudson war vorher beim Bau. Der hat, oder weiß ich nicht, bei der Polizei, oder beim Arzt, oder im Büro. Ich war einfach Busfahrer. Wird ja so ein bisschen was Busfahrereskes, der Cal Hudson. Und irgendwann dachte er, ich will es jetzt noch mal wissen. Und hat dann quasi später zur Abendschule gegangen und danach zur Sternflottenakademie. Dem hat das immer gestunken, dass die jungen Delinquenten immer so in der Busmitte da abgehangen sind. Und dann hat er gesagt, kommt da mal weg. Und dann ist er dann später noch. Ja, so war das. Hey, jetzt hast du es bleiben, hat er immer gesagt. Ja. Und dann ist er zur Sternflotte gegangen, hat er die Nase voll gehabt. So, das ist die Erklärung. Diesen Erklärungs. Ja, gut. Versuch ich dir anbieten. Es ist ein drittes Standbein, also möchtest du sagen. Die Sternflotte. Sehr gut. Ja, freu mich. Ja, die laufen jetzt da rum. Und das ist auch ein Spaziergang, Simon. Das muss ich gleich mal sagen. Der hat sich gewaschen in diesem Dschungel. Denn es ist einfach nur auf Stage 18 oder was haben sie diesen kleinen Dschungel gebaut. Dann hat er jede Menge Trockeneis oder Nebelmaschinen reingeräumt. Und das ist ein winziger Miniaturdschungel. Und die müssen jetzt so tun, als würden sie so einen längeren, lustwandelnden Spaziergang in einem Dschungel machen. In diesem kleinen Ding. Und Simon, man sieht das total, finde ich. Dass die immer wieder an demselben Tümpel da vorbeigehen. Die gehen links aus dem Bild raus und kommen rechts wieder rein. So was ist das, ja. Ja, sie versuchen es zu überspielen durch viele Pausen in den Gesprächen und so, wo man dann stehen bleibt. Aber ja, ich finde auch dieses ganze Set, finde ich, schwierig. Dieses Dschungelset. Also da hätten sie halt mal wieder so eine Höhle nehmen sollen einfach oder was weiß ich. Ja, also das ist einfach nicht so besonders laufwürdig. Stimmt, ja. Ich finde das Gespräch aber tatsächlich ganz cool. Da wird ja auch wieder so ein bisschen Metaphern gesprochen. Der Sisko, Uniform, das ist ja das große Thema vom Spencer, Uniform. Das werden wir ja noch ein paar Mal hören. Und der Hudson hat seine Uniform ja abgelegt. Der trägt jetzt Maquischik. So, ja, dieses Terroristen-Zivilisten-Look hat er. Und der Sisko kann das ja gar nicht haben so, ne. Und sagt dann auch, ich erkannte dich gar nicht ohne Uniform. Und Hudson sagt was Cooles. Sie sagt, die saß einfach zu eng. Also funktioniert eigentlich ganz gut. Und man redet über den Akademieabschluss, tänzelt so ein bisschen drumherum. Aber Hudson kommt dann zum Punkt, ich habe etwas Besseres als meine Sternflotten-Ausbildung. Und schau dir mal diese Siedler an, was die hier alles geschafft haben. Ohne Hilfe der Föderation, sagt er. Und das war so das erste Fragezeichen, was ich im Kopf hatte. Ich denke auch die ganze Zeit, was haben die denn da Tolles geschafft? Also wenn das jetzt strahlende Städte wären, wo ich das irgendwie sehe und so sage, wo ich sage, oh ja, da haben sie aus der Kolonie, das gibt es ja überhaupt nicht. Das ist ja das Juwel dieses Systems. Das sind alles, auf was wir bisher gesehen haben, sind das auch wieder so scheiß Dorfplätze, Simon. Und dann mir zu erzählen, guck mal, was die hier alles gemacht haben, was die alles geschafft haben. Und ich glaube das immer nicht, was ich da so höre über die, wie toll das und wie verteidigenswert das da ist. Das hat ja schon bei diesem Karl-Mai-Dorf in Journey's End nicht funktioniert. Also das, du denkst dir, wofür? Also was ist denn, warum macht ihr das denn, was ist denn so cool da? Und das ist dann die Heimaterde. Darum geht es ja hier. Das ist so dieses Heimatsgefühl. Wir haben aus diesem Dschungel ein Dorf gebaut. Ja. Ein Operndorf haben sie gebaut und sind da ganz stolz drauf. Ja, und da dann auch noch zu sagen, dafür brauchte ich nicht die Hilfe der Föderation. Ja, das wäre auch traurig, wenn ihr da zu 100 Kolonisten sitzt und dann wisst ihr nicht, wie man ein Dorf aufbauen soll dieser Art. Und seid dann da auch noch stolz drauf. Ich muss jetzt hier mal meinem neuen Image als Meckerbastian, muss ich auch mal gerecht werden und das hier so mal einfach sagen. Ich verstehe das nicht, warum das jetzt ohne Föderation eine besondere Leistung darstellen soll. Denn das sagt er so. Es wird nicht so gut erklärt. Ich finde, bei Malibok haben sie es besser gemacht. Tatsächlich, ja, auch bei Malibok konnte man seine Motive in Frage stellen. Aber mit diesem ganzen emotionalen Baggage, mit diesen beiden Leuten, die da für ihn gearbeitet haben, die da fertig gemacht wurden. Und er lebt da seit Jahrzehnten auf diesem Planeten und er möchte sich nicht wieder vertreiben lassen, weil er schon mal vertrieben wurde. Das war nachvollziehbar, das Motiv. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil es wird uns einfach nicht so richtig gezeigt. Ja, also die Reden, das sind so Worthülsen. Aber wir können da nie so eine emotionale Connection aufbauen zu diesen Leuten. Und deswegen fällt es einem auch so schwer, den Marquis zu verstehen, warum die so sind. Ja, und das will ja auch die Folge irgendwie so zeigen. Die wollen das ja schon auch beleuchten, dass der Marquis auch einen Grund hat, da zu sein und sich dagegen aufzulehnen gegen das, was da passiert. Aber ich habe auch meine Schwierigkeiten, da zu connecten. Da würde ich dir zustimmen. Aber jetzt rede ich mal ganz kurz gegen meine eigene Meckerei, Simon. Stell dir mal vor, diese Kolonien wären wirklich sowas wie, ja, mit so Eternia-Hochbahnen oder Coruscant-mäßig oder so. Also wirklich prunkvoll und wo du sagst, huiuiui, da haben sie sich immer was aufgebaut. Vielleicht, wenn das so tolle Kolonien sind, die wirklich attraktiv sind und was erreicht haben. Vielleicht wären Admiral Necheyev und Co. gar nicht so schnell dabei gewesen zu sagen, ja, ja, die sind uns nicht so wichtig, die können da haben. Aber Coruscant-Prime, das, lieber, liebe Kadassianer, da müssen wir nochmal drüber reden. Da können wir nicht einfach so rausrücken. Das geht nicht. Also, um vielleicht einen anderen Vergleich nochmal zu bemühen, wäre da Rohöl am Start, ja, oder eine Siliziummine, ja, dann wäre das eine andere Diskussion. Aber es sind tatsächlich ein paar kahlmeische Dörfer, um die es da geht und so egal, sollen sie nicht so anstellen. Ja, genau. Also, ich muss da echt aufpassen, dass ich nicht selbst in diese Admiral-Rollereien falle, dass ich so auf die herabblicke, ja. Ja, wenn ich sage, was gibt es denn da zu verteidigen? Ja, ist das dann dein Problem oder ist das das Problem der Folge, dass man irgendwie so, ich meine, wir haben uns ja auch über, wie hieß er, Hanuschka? Ja. Nee, doch. Hanika hieß er, aber sag ruhig Hanuschka, ja, ja. Hanika. Hanik. Haben wir uns ja auch. Hanik. Hanik, da haben wir ja auch ganz schön abgezeterd über die, ne, weil wir waren ja auch nicht bereit, da irgendwie ihre Sicht der Dinge zu sehen. Und so unsympathisch, wie sie dargestellt wurde, finde ich, kann man uns das nicht unbedingt vorwerfen. Ich finde auch den Karl Latzen nicht sympathisch, ich finde den mega unsympathisch. Der erzählt mit zunehmender Laufzeit dieser zweiten Folge auch einen Kappes sich zurecht, muss ich mal sagen, das ist einfach so, ja. Aber mal schauen, vielleicht dringen wir ja noch durch zu den Siedlern, ne. Cisco hingegen möchte ja eigentlich argumentieren, der möchte dem das ausreden, diesen Kram. Hatzen sagt, ich kann diese Leute nicht in den Stich lassen und das kann man nicht mit, hier steht viel mehr auf dem Spiel, das kann man nicht mit Verträgen lösen. Und Cisco möchte jetzt erstmal Beweise haben, dass die Kardasianer wirklich gegen den Vertrag verstoßen und die kardasianischen Kolonisten mit Waffen beliefern. So, und wer könnte das wissen? Vielleicht der Dukat. Aber den habt ihr, liebe Maki, ja hops genommen und jetzt wollt ihr den wahrscheinlich befragen, aber gib ihn mir doch, dann finden wir das raus und dann können wir zusammenarbeiten und dann decken wir da diese Verschwörung auf. Und das will der Kerl Hatzen alles nicht. Der sagt, nö, hier wird jetzt gekämpft. Richtig. Cisco sagt ihm auch ganz klar, dir geht es ja nicht um Frieden oder darum, diesen Konflikt zu lösen hier so schnell wie möglich, sondern du willst Rache. Es geht hier um Rache, weil die Kardasianer haben ja dann in Hatzens Theorie die Kolonisten, die Föderationskolonisten auf dem Gewissen, der will jetzt Rache haben. Und der Kerl sagt, nein, das ist keine Rache, das ist Widerstand. Er bittet auch zwischendurch den Cisco um was ganz Verrücktes. Er sagt, lass uns deine Station benutzen als Werkstatt. Wenn unsere Schiffe kaputt sind, können wir als Marquis die anfliegen und dann werden die da repariert. Und dann denke ich, was träumt der eigentlich nachts, der Kerl Hatzen? Da kann der Cisco ja nur sagen, ja, nee, das geht so nicht. Und wie soll man das verbergen? Nein, also das würde ja irgendwann auffallen, den Bajoranen zumindest würde es auch auffallen, die ja auch auf dieser Station sind. Und irgendwann käme die Sternenflotte bei Diasen ein vorbei und würde sagen, sag mal, geht es doch? Ja. Also ein abwegiger Plan. Ist schon, also ich habe das Gefühl, der Kerl Hatzen ist ein wenig durchgedreht. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, ich möchte damit nicht sagen, dass ich keine Sympathien habe für die Marquis, weil ich jetzt so viel dagegen sage, was halten die an diesen Dingern fest, der Kerl Hatzen, der spinnt da und so. Aber ich finde es von der Erzählweise her ist es nicht so sympathiefördernd. Und ich glaube, es wäre vielleicht cooler, wenn das jetzt schon so wäre, dass man sich hin und her gerissen fühlt. Ich fühle mich aber in dieser ersten Szene nicht hin und her gerissen. Ich auch nicht so besonders, muss ich leider sagen. Ja, muss ich leider sagen. Nun denn. Ja. Er kriegt auch die Uniform vom Kerl Hatzen um die Ohren gehauen, der Ben. Denn du sagst es ja schon, Uniformen sind, wenn es um den Marquis und Ben Sisko geht, ein unfassbares Thing. Und die kriegt er jetzt so eingepackt, kriegt er die mit, so ein bisschen Geschenk-Bendley drum, hier kannst du mitnehmen. Nee. Doch, das macht er am Anfang der Szene. Ganz am Anfang der Szene. Achso, bringt er ihm die Uniform vorbei, ja, ja. Also er sagt, die ist ein bisschen eng, hier ist sie, nimm mit. Die will er nicht haben, der Kerl. Nein, Kerl gibt Sisko seine Uniform. Achso. Gut, das weiß ich, habe ich. Sag die, nimm die mit, ich habe dafür keinen weiteren Gebrauch mehr. Und dann hinterher, klar, kommt die ja nochmal ins Spiel in der Folge. Ja, okay. Warum gibt der Kerl die Uniform dem Sisko? Gibst du mir deine alte Wäsche hier, sonst geht es dir noch gut? Ja, ich weiß, das ist natürlich diese Symbolik, diese beiden guten alten Kumpels, die einen Eid geschworen haben auf die Statuten der Sternenflotte und jetzt sagt der eine, nee, ich will nicht mehr, ich will hier helfen. Erinnert mich so ein bisschen, der Hatzen an den Kollegen Roschenko, den Älteren, der gegen die erste Direktive verstoßen hat. Ach, der auch. Ja, ja. Wer auch so seine eigene, eigene Sache macht, ne? Ja, ja, ja. Ja, vielleicht hat der ja auch einfach nur ein Love Child in der DMZ und da kommt, da läuft der Hase, kann ja auch sein. Naja. Diese Unterhaltung führt zu nichts, der Hatzen ballert alle ins Land der Träume und schnell, und das ist tatsächlich, finde ich, dann wieder ganz lustig, dann sagt er, komm, lass uns schnell weggehen, weil wenn der Sisko aufwacht, ich kenne das Temperament von ihm. Ja. Und damit gehen wir in den Vorspann und nach dem Vorspann passiert etwas ganz Zauberhaftes. Ich finde nämlich es ganz toll, wie diese Folge sich nicht groß damit aufhält, unsere Charaktere von A nach B reisen zu lassen. Denn dieses ganze Aufwachen und lassen wir wieder hochbieben und wo sind die denn jetzt und so, das führt ja zu nichts. Das ist nur tote Handlung, deswegen zeigt man es uns nicht und die kommen direkt wieder bei Deep Space Nine zu Hause an. Und das gibt von mir einen Chefskiss für ökonomische Erzählweise. Ja, finde ich auch gut. So, der Sisko möchte jetzt die Sache natürlich aufklären und will dazu mit den Karazianen reden. Gut, dass sich Legat Parren angekündigt hat. Ja, also für mich in meinem Kopf hört sich das so ein bisschen an wie Prostetnik Vogon Gels, ja, das ist nur Legat Parren, also wenn es einen Roman gäbe, in dem Legat Parren eine Rolle spielt, dürfte er da nie stehen Parren, sondern immer nur Legat Parren, weil das gehört zu dem, das ist einfach in seiner Gesamtheit ist das Legat Parren. Leland T. Lynch auch, ja, ja, Prostetnik Vogon Gels, der kommt gleich. Ah, sehr gut. Wenn wir auf den warten, rede ich mit der Sternenflotte. Sternenflotte ist schon da, sagt Dex. Und jetzt erleben wir mal wieder einen Next Generation Crossover-Charakter, denn Admiral Nechayev wartet schon im Spencer-Büro und die ist damit das erste Mal zu Gast bei Deep Space Nine. Nein, herzlich willkommen, liebe Natalia Nogliolic. Ja, toller Charakter, muss ich einfach sagen und könnte auch, glaube ich, mir niemand einer in dieser Rolle vorstellen, die macht das wirklich, wirklich super. Ja. Und in der Unterhaltung geht es auch direkt um das Problem, ne, sie ist der Ansicht, genauso wie die Sternenflotte, die Karasianer, die werden mit den Säbeln rasseln, aber da wird nicht viel passieren. Und interessanterweise kommt dann aber das Gespräch sofort auf den Constable, auf Odo. Und die führt mit dem Cisco nochmal das Gespräch, was letzte Woche, ja, ungehört fürs Publikum, aber doch ins Drehbuch geschrieben, der andere Admiral mit dem Cisco geführt hat. So, und da platzt jetzt meine Theorie, dass das Nechayev war. Ja, denn die würde nach dieser Unterhaltung, so wie sie letzte Woche geschrieben war, glaube ich, nicht nochmal wieder so Papageien mäßig dasselbe sagen, oder? Ja. Es sei denn, das ist so eine, die in tausend Meetings geht und die vergisst, dass sie da mit ihm schon drüber gesprochen hat. Kann ja auch sein. Ah, die eine Woche der Pik, ah, jetzt wieder hier und so, ne, Mensch, immer was los. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, deine Theorie, die ist dafür viel zu schön. Sie formuliert das ja auch irgendwie so, sind sie sich wirklich sicher mit Odo? Also vielleicht, wenn sie nochmal appellieren und vor allen Dingen jetzt in diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage. Cisco sagt aber, ich vertraue dem Odo und wir werden den Dukat schon finden. Dann geht es um den Marquis. Nechayev ist auf dem Standpunkt, naja, das sind irgendwelche Hitzköpfe. Und diese, also da ist, also das, die, sie, sie schaut wirklich so auf die Kolonisten herab, muss man sagen. Wie sie das so beschreibt, naja, diese Kolonisten, diese, diese Bauern-Tölpel, so in die Richtung geht das. Und die kannst du doch mal, muss man zu Vernunft bringen, ne? Äh, hier, wie heißt er? Äh, der, der, ähm, äh, Hardy, Hatzen. Kann der Hatzen die nicht mal zu Vernunft bringen? Ja, vielleicht, ähm, 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 macht der Cisco, ich frag den mal. Und guck mal, da ist der, nach all dem, was der Ding gerade schon um die Ohren gehauen hat, ist der immer noch am Covern für den Kerl Hatzen. Dat ist mal Freundschaft, Simon. Das ist Freundschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das ganz schön krass, was das Cisco hier macht. Weißt du, er erzählt dem Hatzen hier die Uniform und, und, und alles, ja. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, was im ersten Teil passiert ist. Da ist die Bock-Nor in die Luft gesprengt worden. Das ist ein Schiff gewesen mit kardazianischen Offizieren an Bord oder mit Kardazianern an Bord. Hier sind Morde passiert. Ja. Morde. Natürlich sind die Kardazianer auch schuld. Ja, natürlich geht die Folge darauf hin. Aber Hatzen hat sich des Mordes strafbar gemacht. Also, sorry, ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Ja, 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 natürlich. Natürlich, aber Simon, ganz ehrlich, wenn du morden würdest und irgendwie so eine Nürnberger Rebellentruppe dann gründest, dann würde ich, glaube ich, auch erst mal zwei Wochen Quatsch über dich erzählen und sagen, ja, nee, ich frage den Simon mal, liebe Frau Merkel, sage ich jetzt, keine Ahnung, warum. Aber irgendwie, ja. Ich würde das natürlich auch für dich tun, Sebastian, das weißt du ja schon. Aber trotzdem, muss ich sagen, ist der Sisko hier auch ein bisschen flexibel, was seine Pflicht, was sein Pflichtbewusstsein angeht. Also er hofft immer noch, den Hatzen wieder ins Licht zu bringen. Zumindest so wie Ben Sisko sich das Licht vorstellt. Eine Cheyev, die ist ja zum Reden ausgebildet worden und sie will auch, dass jetzt weitergeredet wird und zwar mit dem Marquis. Sie sagt, geh da hin, sprich mit denen, stell einen Dialog her, hol sie heim ins Reich. Keine Ahnung, was sie damit sagen will oder so. Und dann sagt sie einen Satz, Simon, da hat es mich wieder blitz getroffen und da habe ich nochmal Journey's End drauf gemacht, um etwas zu verifizieren. Sie sagt nämlich, erinnere sie daran, dass sie immer noch Föderationsbürger sind. Und dann habe ich Journey's End dran gemacht und was sagen sie da am Ende? Ja, wenn sie dann hierbleiben, dann sind sie aber keine Föderationsbürger mehr. Oh, Backe. Ja, ist in Ordnung für uns, sagen die dann am Ende. So, und jetzt heißt es auf einmal, erinnere die daran, dass sie noch Föderationsbürger sind? Nein, sind die nicht mehr, hat Journey's End gesagt. Was redet eine JF, Simon? Was erlauben eine JF? Was ist da los? Ich verstehe diesen Satz nicht. Also das einzige Erklärungsangebot, was ich da machen könnte, und das ist auf extrem wackeligen Füßen. Vielleicht, dass sie mal Föderationsmitbürger waren, ja, aber nicht sind. Die Geschichte mit dieser nicht mehr Föderationsbürger bezog sich ausschließlich auf Elsbe. Also auf, ne, auf das Karl-Mai-Dorf in Elsbe, die haben gesagt, okay, und das andere Ding ist einfach Teil des eigentlichen Vertrags, nämlich, dass sich alle da bitteschön verpissen sollen. Aber es macht keinen, machen sie nicht. Also das ist, aber das steht auf extrem wackeligen Füßen, so habe ich das auch nicht verstanden. Ich habe das genauso verstanden wie du. Die Leute, die da bleiben, sind keine Föderationsbürger mehr. Ja. So. Naja, gut. Müssen wir jetzt irgendwie mitleben, dass sie das so sagt. Weiß ich jetzt auch nichts Kluges drauf zu sagen, außer, das ist mir sauer aufgestoßen. Sie geht auf jeden Fall. Also, die Alina, sie geht und dann sagt der, dann mosat der Sisko so herrlich, er sagt, ich soll mit denen reden, ich soll mit denen Dialog, was glaubt ihr eigentlich, was ich jederzeit hier versuche, ne? Das finde ich schön. Und in diesem Moment kommt Kira rein, mit was völlig anderem. Also die will dem jetzt irgendwas erzählen, aber Sisko's Temperament. Wir haben davon schon ja so aufflackernde Momente gehabt, wo man merkt, in diesem Mann tobt es mit unter. Und hier lässt er es das erste Mal, noch nicht in der ganzen epischen Breite, wie er das später mal macht, aber hier lässt er es raus. Er sagt dir, bloß weil eine Gruppe von Leuten zur Föderation gehört, was sie nicht mehr tun, aber bloß weil eine Gruppe von Leuten zur Föderation gehört, heißt das nicht, dass sie Heilige sind. Und das kriegt Kira so an den Kopf geworfen. Und die weiß ja überhaupt nicht. Hä? Come again? Sagt sie dann. Weißt du, was hier faul ist? Nein. Aber sie lässt ihn mal so. Sie sagt, auf Englisch sagt man, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, sie indulgt ihn einfach mal. Komm, lass den Chef mal. Soll er sich mal am besten, ich kann das ab, ja? Und dann dreht er ja durch. Was heißt dreht er durch? Dann legt er los. Dann hält er die Rede, Simon. Das Problem ist die Erde. Das ist das Problem. Da sitzen diese Sesselfurzer, ja? Dort gibt es keine Armut, es gibt keinen Krieg, es gibt keinen Hunger. Du schaust raus und draußen ist das Paradies. Und jetzt kommt's. It's easy to be a saint in paradise. Im Paradies ist es leicht, ein Heiliger zu sein. Aber die Magie leben eben nicht im Paradies. Da draußen sind keine Heiligen, da sind einfach nur Leute und die sind sauer, die sind verängstigt, die sind entschlossen, um ihr Überleben zu kämpfen. Und ja gut, damit rennt dann natürlich offene Scheunentore bei Kira ein. Die sagt dann einfach, das ergibt viel Sinn für mich. Du hast gerade mein Leben, sie sagt nicht, du hast mein Leben skizziert, bevor ihr hier angekommen seid, aber das hat sie ja getan eigentlich. Das ist natürlich harter Tobak, was hier gerade passiert ist. Das ist wirklich eine Zäsur. Ja. Im ganzen Star Trek Franchise, muss man sagen, das kann man gar nicht genug hervorheben. Ja Sebastian, was bedeutet das denn? Es bedeutet, es ist alles gar nicht so schön, wie die uns immer erzählen. Ob sie wohl dem Gene Roddenberry, seiner Marmorbüste, die Augen zugebunden haben, als diese Folge gezeigt wurde? Ich glaube Keith hat in seine Schreibtischschublade gegriffen, Richard Keith Berman natürlich und hat die rote Binde wieder rausgeholt. Glaube ich aber auch. Das glaube ich aber auch hier. Und ja, it's easy to be a saint in paradise. Aber die Marquis leben eben nicht im Paradies. Ja. Das Erstaunliche ist ja aber, dass das nicht erst seit Deep Space Nine Tagen mal aufs Tapet gebracht werden sollte, Simon. Ira Burr, der eine der Drehbuchautoren in dieser Folge, oder der Drehbuchautor dieser Folge, sagte, diese Zeile, it's easy to be a saint in paradise, die brannte mir schon seit Jahren unter den Nägeln. Und als er in der dritten Staffel bei TNG beschäftigt war, wollte er sie schon bringen. Da wollte er das schon in so eine Story einbringen, ne? Ja. Ihr schönen Föderationshanseln da in eurem Elfenbeinturm. Ihr könnt mal an eine Front gucken und mal gucken, was hier so abgeht. Aber 80, 90? Äh, 89, 80 auch nicht, aber 89, 90, so die Zeit, 1989, 1990, da war das natürlich kein, also, nee, geht nicht. Das widerstößt gegen alles, was wir hier sagen wollen. Stark, ne? Was für einen Unterschied so vier, fünf Jahre machen. Und jetzt geht man hier all in bei Deep Space Nine. Und Bär sagt auch jetzt, endlich konnte ich das bringen. Es ist eine so grundlegende Sache für die Welt von Star Trek, dass es einfach mal gesagt werden musste. Mich interessiert sehr, wie das Leben in der Föderation wirklich ist, wie dieses Roddenberry-Universum überhaupt funktionieren kann. Ja, guck mal, das haben wir uns auch schon oft gefragt, Simon, du und ich, ne? Was sagt der Ira Bär weiter? Unsere Aufgabe ist es, tiefer und tiefer zu graben und herauszufinden, ob das 24. Jahrhundert wirklich das Paradies ist oder ob es, und das ist jetzt, glaube ich, sehr wörtlich aus dem Englischen übersetzt, oder ob es Weasel unter dem Cocktail-Tischchen gibt, wie Harold Pinter so schön sagte. Ich habe extra die deutsche Version des Harold-Pinter-Textes ergoogelt, Simon. Das ist nicht wörtlich übersetzt, denn beim Harold Pinter sind es Weasel under the coffee table. Ah, okay. Ja, und damit das, glaube ich, phonetisch besser passt, sind es im Deutschen Weasel unter dem Cocktail-Tischchen. Unter dem Cocktail-Tischchen. Sieh mal einer an. Ja, gucke mal einer an, wirklich. Aber das ist ja unabhängig davon, wie ich diese Aussage jetzt übersetzt habe, Simon, das ist ja ein Hammer einfach nur zu sagen, die Roddenberry-Utopie ist einfach kaputt, oder die steht auf wackeligen Beinen, oder aber das sind nur kleine Enklaven. Das ist, ich glaube, das ist doch das, was das aussagt, oder? Also, dass diese wunderbare Zukunft, die der Roddenberry sich da vorstellt, eben nur denjenigen anheim, der Elite, der Elite anheim ist, die, die das Glück haben, auf der Erde geboren zu sein, oder auf erdnahen Kolonien vielleicht. Da ist alles total super, aber wehe, du gehst mal ein bisschen weiter raus. Und es zerfasert so ein bisschen, ja. Also, es entfernt sich so von diesem Kern, von diesem Reichtumskern der Föderation, vom Zentrum. Dann wird es immer schwieriger. Aber Simon, was sagt das auch fieses Kolonialistisches über die Existenz der Enterprise eigentlich? Weil die Enterprise ist ja der verlängerte Arm, das funkelnde Schlösschen der Utopie. was da rumfliegt, vor den Nasen all der Leute, die das nicht haben. Und denen auch noch so, das so unter die Nase reibt. Wie schön das auf der Erde ist. Und da kommt der Jean mit seiner Enterprise. Und das ist ja auch nochmal doppelt düster eigentlich. Ja, ja, ja. Und der sitzt dann da und erzählt immer schön einen von Shakespeare auch noch. Statt mal sich ein bisschen darum zu kümmern, dass der ganze Rest da in Schutt und Asche eigentlich liegt. Ich mach das jetzt bewusst überspitzt, ne? Und abends sitzt man beim Harfenkonzert. Ja. Und beim Theater. Und man ist so dekadent, dass man sich eine Fechthalle da in die Enterprise reinbaut, obwohl man einen fucking Holodeck hat. Ja, also das kann, also wenn wir das wirklich aus dieser Perspektive betrachten, dann sind unsere Helden gar nicht so, so sehr unsere Helden, ne? Es sind die Spanier und die Engländer. Ja, ja. Oder auch die Spätrömer, wenn wir das so weit denken, ne? Das ist dieses dekadente Rom, alles super, ne? Großes und Wahnsinn. Ich glaube aber, so weit dürfen wir nicht denken, ne? Oder? So weit dürfen wir nicht denken. Ich glaube, das ist auch nicht die Aussage hier. Ich glaube, es ist einfach ein Reality-Check von dem, was wir Next Generation gelernt haben. Das ist, Deep Space Nine ist die Serie, die wirklich, lustigerweise, wo sie stationär ist, sehr an die Ränder geht und eben diese ganzen Probleme an sich geht. Das heißt ja nicht, dass das Grundkonzept kaputt ist. Das ist ja super, dass das auf der Erde so ist, wie es ist. Und dass die Replikatoren haben und dass niemand hungern muss. Das ist ja fantastisch. Da müssen wir ja hinstreben. Das ist ja großartig. Nur wir sind noch nicht da. Das ist, glaube ich, die Aussage und auch dieser totale Luxus, in dem die alle leben und dieses, wir sind ja auch schon so weit in der Evolution. Wir sind ja viel schlauer als die Leute von vor 200 Jahren. Diese Überheblichkeit, dass die manchmal nicht angebracht ist, weil es anderswo noch ganz, ganz viele Probleme gibt, die man lösen muss. Das ist die Aussage. Und eine andere Aussage für mich ist auch, dass das Star Trek Universum als solches sehr schwammig ausdefiniert ist und auch so formbar ist, dass es sich eigentlich der jeweiligen Geschichte anpassen kann, die man gerade erzählen möchte. Also wenn die Enterprise rumfliegt, ist einfach grundlegend mehr Utopie in der Welt vorauszusetzen, als wenn sowas passiert, wie es in dieser Woche hier passiert. Und da legt man sich, glaube ich, auch ganz bewusst nicht fest, um sich auch alle möglichen Geschichten nicht zu vermauern, sondern um einfach jede Situation so schaffen zu können, wenn man da jetzt mal gerade eine Episode so machen möchte. Und das finde ich total gut, das finde ich total zielführend. Das macht auch den Spielplatz, auf dem Star Trek stattfindet, brauchbarer, weil man den so benutzen kann. Aber es macht auch Fragen wie, warum haben denn die Klingonen jetzt auf einmal andere Stirn? Das macht diese Fragen nur noch absurder, weil das ist doch nicht die Frage. Das ganze Universum ist ja schon in sich nicht schlüssig und logisch. Da müssen wir uns nicht über Klingonen unterhalten, die auf einmal anders aussehen. Das ist, alles ist formbar im Star Trek Universum und alles ist irgendwie erlaubt, oder? Es ist alles formbar, aber würdest du sagen, dass es unlogisch ist, also dass ein Deep Space Nine nicht nach einem TNG existieren kann? Das sehe ich nicht so. Wir haben in TNG, haben wir halt eine ganz bestimmte Perspektive zu sehen bekommen. Die Perspektive von unserer Crew auf der Enterprise, die durch das Universum fliegt und Abenteuer erlebt und Probleme löst. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht schon zu TNG-Zeiten auf den Kolonien manchmal nicht so toll aussah. Also ich finde da jetzt nicht so den Widerspruch, ehrlich gesagt. Ich finde den Widerspruch höchstens in das, was wir auf TNG projizieren und das, was Roddenberry vielleicht gesagt hat. Da mag ein Widerspruch drin sein, also in Roddenberries Aussage, dass die Menschen sind doch so weit, da kann es doch so was, muss doch anders gelöst werden können als durch eine Terrororganisation und irgendwelche Waffenlieferungen oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Widersprüche sind dann da, Simon, wenn du nah ran zoomst, weil dann siehst du ja sogar schon in diesem Crossover den Widerspruch. Sind das jetzt Föderationsbürger, in der Demilitarized Zone oder nicht? Das ist aber für mich kein Widerspruch, sondern eher ein Logikfehler oder ein, weiß ich nicht, da hat man halt nicht so vernünftig aufgepasst und die Informationen so, aber ist das ein Widerspruch über das, was die Serie aussagt oder wie sie sich anfühlt? Nee. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Nee, das nicht. Da stimme ich dir zu. Es ist schon interessant, deswegen meinte ich ja auch Zäsur vorhin, das macht, klar, wir wissen auch zum Beispiel durch Star Trek 6 das nicht alles, Gold ist was glänzt, es gibt andere Beispiele, wo Föderationsmitglieder vielleicht sich anders verhalten oder sowas wie Roe, Laren, ja, da gab es schon diese Momente, aber das ist ja, was Cisco hier formuliert, ist ja eine Kritik, eine Grundsatzkritik an der Sternenflotte und wofür die steht oder an die Föderation vielmehr und das finde ich ist krass, weil das haben wir noch nicht gehört. Nee, das ist richtig, das haben wir so in der Form noch nicht gehört, nein. Ich finde, das macht so unendlich viele Fragen auf, gerade, die wir nie beantworten können, da könnten wir uns jetzt, ich glaube, da könnten wir tausend eine Sondersendung drüber machen. Ich denke auch, ja. Schon fast, ne, aber, ja, ich glaube, ich gebe das jetzt, was hältst du davon, wenn wir das jetzt einfach mal in die treuen Hände unserer Hörerinnen und Hörer geben? Das ist wichtig, dass ihr da mitmacht jetzt, dass ihr, also jetzt, das können nicht nur wir, das schaffen wir gar nicht, da können wir jetzt nicht nur drüber reden, sondern da möchte ich viele spannende Diskussionsbeiträge hören und lesen, lesen vor allen Dingen bei uns auf trekamdienstag.de im Blog. Haut in die Tasten, Freunde. Wie seht ihr das? Was bedeutet das für euch? Oder übertreiben wir vielleicht, ja, oder findet ihr das total doof, was die Sersendung macht? Das ist ja eine legitime Sache, jetzt habe ich, bin ich in meiner Star Trek-Utopie, fühle ich mich so wohl, jetzt kommen die da an und beschmutzen das irgendwie. Kann man ja auch diese Meinung haben. Ah, spannend, super spannend. Ja, also haut da mal in die Tasten, ich bin damit noch nicht fertig, weil das kam mir jetzt auch gerade erst so im Gespräch mit dir, da muss ich noch viele Nächte drüber schlafen und vielleicht, wenn wir das nächste Mal den Mackie wiedersehen, bin ich auf neue Ideen gekommen und wir können da mal wieder einhaken. Oh ja, oh gerne. Aber jetzt gerade bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Ich bin ja hin und her gerissen mittlerweile, das ist vielleicht noch so als Abschluss von mir zu diesem Thema. Ja. Ich hätte dir, noch vor ein, zwei Jahren hätte ich dir gesagt, ich finde das richtig geil, was Deep Space Nine hier macht. Endlich mehr Realismus, ja, endlich wird da mehr auf die Kacke gehauen und so. Endlich kommen wir von diesem, ja, leicht Angelic, würde der Amerikaner sagen, von diesem Föderationspomp, kommen wir da ein bisschen weg. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich hier sage, es ist schon ein, ja, so ein, ich will nicht sagen Safe Space, aber das ist, genau das hat mich ja damals zu TNG gebracht. diese Fortschrittlichkeit der Menschen da an Bord, dieses Überwinden von ganz unvernünftigen Konflikten und so, ne, und ich bin auch tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen und würde sagen, es ist eine andere Facette von Star Trek, aber sie funktioniert trotzdem nebeneinander, das funktioniert für mich nebeneinander, es ist eine andere Spielart. Ja. Das ist Moll. TNG ist Dua, das hier ist Moll. Wobei ich finde, dass sie immer noch dasselbe Lied spielen, denn, du sagst, du guckst das, weil du dich darüber freust, dass das so, ja, gib mir noch mal ein Adjektiv oder hilf mir bei meinen Adjektiv, lösungsorientiert, professionell, real, realistisch, pragmatisch, lösungsorientiert, du kennst mich ja, ich bin ja immer, wenn irgendwie ein Problem ist, will ich das sofort lösen, dann denke ich nicht groß über Ideologien nach, sondern ich will das Problem lösen. Ja. Oder über Politik oder so, sondern mir geht es dann darum, das Leid zu beenden, so schnell wie möglich. Ja. Und da finde ich, sind sich Next Generation und Deep Space Nine gar nicht unähnlich, weil wenn den Hauptcharakteren, sei es der Jean, der Data und der Bill oder aber auch der Julian, der Meister und die Kira und auch der Cisco, wenn denen irgendwelche Probleme begegnen, dann streiten die sich zwar mal, aber die sind trotzdem lösungsorientiert, pragmatisch und auch professionell, dass ich auch sehen kann, ich verstehe, warum die diese Jobs haben. Ja. Wohingegen ich wirklich bei PK Staffel 3 nicht mehr verstanden habe, wie der Typ, den ich da sehe, der Chef von dem Flaggschiff der Föderation sein kann. Und wie das seine Offizierinnen und Offiziere sein können, weil die den Sachen eben nicht mehr mit Professionalität begegnen, sondern immer am Rande des emotionalen Nervenzusammenbruchs jede einzelne Sache verhandeln. Und da ist für mich die Utopie kaputt. Nicht bei Deep Space Nine. Ja, das ist eine Sichtweise, die ich interessant finde. Der Föderationsteil in Deep Space Nine ist durchaus immer noch utopisch, aber die Probleme sind andere. Die sind nicht so, die muss man, jetzt habe ich so ein Déjà-vu, ich glaube, du hast schon mal gesagt, TNG ist das, wo die grundsätzlichen Probleme gelöst sind. Bei Deep Space Nine müssen die grundsätzlichen Probleme erst mal gelöst werden. Aber man verfolgt das gleiche Ideal. Und auch Sisko ist jemand, der dieses Ideal verfolgt. Der will ja Frieden haben und der will Freude haben und alles super. Und der wünscht ja auch, dass Bayo in die Föderation kommt. Deswegen ist er ja da. Aber er wird mit Sachen konfrontiert, die ihn stärker herausfordern, glaube ich. Was die Verteidigung der Ideologie angeht. Utopie, Verzeihung. Die Verteidigung der Ideologie. Ja, sehr schön. Krasses, ultra komplexes Thema, das hier aufgemacht wird. Aber das, finde ich, ist ein ganz, ganz klares DS9-DNA-Thema, was wir hier sehen. DNS-Thema, was wir hier sehen. Verzeihung. Komm, eine letzte Aussage vom Robert Hewitt-Wolf, die haben wir noch. Das können wir mal als Klammer um diese Diskussion legen. Der hat nämlich gesagt, na ja, ich würde nicht sagen, es ist einfach, ein Heiliger im Paradies zu sein. Ich würde sagen, meinte er, es ist einfach, ein Heiliger auf der Enterprise zu sein. Nein, da haben wir es nämlich. Aber das hier ist Deep Space Nine. Und da ist es komplizierter, meint der Robert. Sisko ist schon auch ein Heiliger. Er muss sich nur mehr anstrengen. Und da ist der Wolf, glaube ich, auf dem richtigen Dampfer, oder? Also im Grunde auch das, was wir auch sagen, die Probleme sind einfach nicht so leicht zu lösen wie auf der Enterprise. Das ist komplizierter. Man muss mehrere Perspektiven einnehmen und nicht nur die Föderationsperspektive. Bah! Das bricht aus ihm hervor. Kira sagt dann auch, ich verstehe dich. Sisko sagt, das ist endlich mal jemand. Und das finde ich auch geil, diesen Satz. Endlich mal jemand. Und dann sagt sie auch den Grund, warum sie eigentlich da ist. Sie sagt ihm nämlich immer, vielleicht willst du dem Legat Parn auch mal diese Rede halten. Und er sagt, ja, vielleicht mache ich das. Bevor wir aber Legat Parn kennenlernen, Sebastian muss sich laut lachen. Warum? Weil Odo anfunkt und sagt, ich habe hier einen von der Vulkanierin ihr seinen Komplizen gefangen. Und ja, mittlerweile weiß man schon so ein bisschen, wie der Hase läuft. Man weiß, jetzt gibt es einen Schnitt und dann sitzt der Quark im Knast und genau das passiert auch. Sehr schön, ja. Wir platzen mitten in einen Verhör. Odo vernimmt Quark und sagt, was ist da denn los? Was hast du dann da gemacht? Und Quark will sich halt rausreden, ja, ist doch eine schöne Frau, mit der kann man doch mal Zeit verbringen. Und dann sagt er auch, das finde ich auch lustig, sie hat mich verzaubert. Sie hat mich mit ihren Reizen verzaubert und deswegen habe ich alles gemacht, was sie wollte. Dann kommt Cisco hinzu. Eine Sache möchte ich noch, Entschuldigung, einen Satz von Quark möchte ich noch hervorheben, weil Quark sagt, das ist doch kein Verbrechen, mit einer schönen Frau abzuhängen. Odo, das kannst du auch mal ausprobieren. Vielleicht bist du da ein bisschen besser gelaunt demnächst. Und da ist er ja auch was auf der Spur. Ehrlich gesagt. Da ist er auch was auf der Spur, ja. Aber dieses lustige, der lustige Dialog, die Temperatur im Raum sinkt jetzt auf den Gefrierpunkt, denn Cisco kommt rein und dem ist nicht nach Scherzen zumute, der will gewissen, was hast du ihr verkauft? Was hast du ihr verkauft? Welche Gegenstände? Welche Gegenstände? Und was ich geil finde ist, Quark will ja nicht so richtig mit der Sprache raus, er muss es sagen und er fängt, wie die Reihenfolge ist super, er fängt erst mal mit den harmlosen Dingen an. Deflektorschilde, Navigationsequipment, ja, eine Phaserbank und ein paar hundert Photonentorpedos. Photonentorpedos! Ja, das ist Cisco's Reaktion. Und das ist schön, einfach eine schöne Szene, finde ich. Und Pulskanonen und hochenergetische Disruptoren. Waffen! Du hast Waffen? Ja, habe ich gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht, sagt er. Ich habe da nur so ein paar Leute so zusammengeführt, dass die sich mal kennenlernen. Dann haben die da ihre, genau, Quark, du alter Lümmer. Ja, also ich glaube nicht, dass Quark ihr die Waffen verkauft hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er tatsächlich auf Provisionsbasis da die richtigen Leute an sie herangebracht hat. Eine solche Folge kommt ja auch noch demnächst. Das dauert noch ein paar Jahre. Eine solche Folge kommt auch noch. Hätte Quark die Waffen selbst verkauft, würde er tatsächlich da in diesem Knast bleiben, glaube ich. Ja. Und er möchte alle, also Cisco möchte alle Infos natürlich haben von Quark, der muss jetzt richtig die Hose runterlassen. Und das Nächste, was auch im Programm steht, ist den Dukat zu finden. Weil das hat man ja bisher nicht geschafft. Und Odo will mitkommen. Ja, dann komm doch mal mit. Eigentlich gut. Und dann kommt natürlich der typische Original Series Gag, den ich ja aber auch gut finde. Aber er ist auch, man sieht ihn wirklich kommen. Wie lange lassen wir den Quark jetzt hier drin? Ja, für immer und ewig. Und dann gehen sie raus und dann darf er noch Hallo, 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 darf er dann noch machen. Und das ist, ja gut, das ist einfach, das ist so ein Ding, das kannst du nicht liegen lassen. Eigentlich. Das kannst du nicht liegen lassen also der liebt das Leben, den Wein, die Kanar, Verzeihung, und das gute Essen. Und das ist so ein verbindlicher, dicker, aber auch gleichzeitig, glaube ich, brandgefährlicher Kadassianer. Ja, und das ist unter allen Kadassianern der aufgeblasenste, dem wir begegnen bisher. Weil er sagt, er fängt an, indem er sagt, was ich hier mitbringe, ist von Bedeutung. Und sie müssen sich sofort darum kümmern. Und ja, lieber Commander, das, was ich hier im Gepäck habe und mit ihnen diskutieren möchte, ist äußerst entscheidend. Und das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie so Redundanzen hier wiederholen, aber genauso spricht der Pan. Ja? Ja. Also das gibt's überhaupt nicht. Mich hat fast gewundert, dass so ein Mann, der sich selbst so wichtig nimmt, dass der keinen Stab dabei hat, oder so Sekretärinnen und Sekretäre, sondern dass der alleine da auftaucht und alleine für sich spricht. Eigentlich müsste der so, in so einer Traube von so Speichelleckenden, ähm, weißt du? Protokollanten und Sekretären. Ja, ja. Ja, ja. Protokollanten, richtig. Das ist ein schönes Wort, ja. Ist er aber nicht, man muss auch sagen, es ist aber auch eine heikle Situation, in der er sich befindet. Und er sagt jetzt auch, als dann die Sprache auf Dukat kommt, weil Cisco geht jetzt erstmal davon aus, dass der wissen will, was mit Dukat ist und wie das jetzt weitergeht. Aber der Pan sagt, das ist mir eigentlich relativ egal, was mit dem Dukat ist, denn der Dukat ist der Anführer einer Gruppe, die Waffen an die, an unsere Kolonisten geliefert haben, an die kardasianischen Kolonisten. Und er hat ohne das Wissen des Zentralkommandos, des Central Command, also diese Militärführung der Kardasianer, agiert. Ja, geil. Ein Sündenbock. Ein Sündenbock. Und die Kardasianer schicken jetzt hier einen ihrer höchsten Würdenträger hin, um sich von dem schmutzigen Business, das sie da in der demilitarisierten Zone betrieben haben, und ich habe das richtig gesagt jetzt gerade, das möchte ich auch mal honoriert wissen, haben sie dann, ja, den da geschickt, um den Dukat unter den Bus zu werfen, in die Busmitte reinzuwerfen. In die Busmitte. Man muss hier ganz klar übrigens sagen, Nechayev hat schon recht mit ihrer Aussage, dass die Kardasianer keinen Bock auf einen offenen Konflikt haben. So, zu diesem Zeitpunkt noch. Da denkt man, ja, die Nechayev hat ja recht, die Kardasianer wollen da jetzt nicht einen offenen Konflikt mit der Föderation. Allerdings, diese Sache stinkt zum Himmel. Pan bemüht sich aber nochmal zu sagen, keine Sorge, es wird keinen Krieg geben, wir wollen das nicht. Und sie hat gesagt, naja, schön, dass du da warst. Ein aufschlussreicher Plausch. Und dann verzieht sich Legat, Paren, kehrte an Bord seines Schiffes zurück. Und er kehrt eben nicht an Bord seines Schiffes zurück, sondern er macht etwas, das habe ich jetzt schon zwei oder dreimal bei Deep Space Nine gesehen. Der geht auf der Promenade durch diese Zahnradtür und die fährt zu und dann macht er noch so eine 180-Grad-Wendung, so als hätte er sich auf eine Transporterplattform gestellt und wartet, dass es jetzt irgendwie weitergeht, dass es Huibu macht und er weggebeamt wird. Und das haben schon mehrere Leute gemacht, nachdem die da reingegangen sind. Und Simon, ich habe das Gefühl, dass das keine Acta-Choice ist, sondern dass das etwas ist, was denen gesagt wird, den Schauspielerinnen und Schauspielern, du gehst jetzt da rein und dann drehst du dich um 180 Grad nochmal rum. Eine Frage, hat man in der SD-Version, obwohl von DS9 gibt es ja keine SD-Version, da konnte man das auch noch gut erkennen, dass der sich umdreht da in dem Ding, ne? Es gibt ja nur die SD-Version. Ja, aber auf Video war es ja dann nochmal ein bisschen schlechter als auf DVD, aber hat man wahrscheinlich auch nicht. Ach so. Also das kann ich ja nochmal sagen, die Netflix-Version ist deutlich schlechter, wenn man Sachen erkennen möchte, als die US-DVDs von Deep Space Nine. Aber die europäischen DVDs sind deutlich schlechter als die Netflix-Version. Katastrophe. Weil da echt einer in den Transfer reingekackt hat. Deswegen gucke ich auch Deep Space Nine, weil ich alles sehen möchte und mit euch darüber hier sprechen möchte. Und mit dir, Simon, gucke ich Deep Space Nine ausschließlich auf den US-amerikanischen DVDs, weil da zeigt sich erstmal alles eigentlich. Solange bis hoffentlich bald Matthias Remastering kommt. Wo ich gehört habe, dass das unterwegs ist, Simon. Ja, aber das hast du mir schon erzählt. Ja, ich bin doch schon ganz wuckelig, bin ich. Also mir ist das auch aufgefallen, wie er sich da umdreht in dem Ding. Und ich habe einfach gedacht, John Schück glaubt, das ist halt ein Fahrstuhl. Und soll man was John sagen? Soll man was ihm John sagen? Ach komm, scheißegal, nächste Szene. Ja. Vielleicht ist es ja auch ein Fahrstuhl. Oder man kann, oder er wird da rausgebeamt in die, das ist kein Fahrstuhl. Das ist eine Schleuse, die zu den, habe ich zumindest immer gedacht, dass das eine Schleuse ist. Ja. Aber vielleicht ist es ein Fahrstuhl. Wenn man Deep Space Nine sich beguckt, ich laufe jetzt nicht ins Wohnzimmer und hole mein Modell rüber, aber dann sieht das so aus, als gibt es an drei Stellen der Promenade Stutzen, wo du entlanglaufen kannst, bis zum äußeren Ende, wenn du einen Halbmarathon laufen möchtest, weil Deep Space Nine ist groß. Aber, ja, naja. Ja, komisch auf jeden Fall irgendwie. Also er läuft da rein, dreht sich rum, fährt zu und du hast gerade schon gesagt, es ist John Schuck. Und John Schuck kennen wir aus Star Trek 4 und ich glaube auch aus Star Trek 6, wo er so applaudiert. Ja, genau, das ist er auch, ja. Der wütende klingonische Botschafter aus den Kinofilmen. In den 80ern gab es mal eine Neuauflage von den Monsters und da hat er Herman Munster gespielt. Und dann noch ein pikantes, privates Detail, Sebastian. Er ist der erste Ehemann von Susan Bay, die auch schon mal die Admiral Rollman gespielt hat in Deep Space Nine. Und das ist die Gattin von Leonard Nimoy. Der Leonard Nimoy hat nämlich dem John Schuck die Susan Bay ausgespannt und hat ihn danach in seinem Film Star Trek 4 The Voyage Home als klingonischen Botschafter angestellt. Und das ist schon ein Level der Hollywood-Professionalität, wo ich sagen muss, dass der dann auch sagt, hat er ihm ausgespannt, ist er da hingegangen und hat sie verzaubert mit einem Voodoo-Fluch. Vielleicht war die Ehe von Schuck und seiner Frau auch eh schon im Arsch. Und dann hat man halt gesagt, viel Spaß. Wissen wir ja nicht. Da hast du völlig recht. Weil ich muss jetzt Abbitte dafür tun, dass ich so getan habe, als wäre die Susan Bay ein Spielball in diesem ... Das wollte ich damit nicht sagen. ... in diesem Ding von John Schuck und Leonard Nimoy. Und nur die haben zu entscheiden, mit wem sie jetzt gerade zusammen ist. Entschuldigung, das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Nee, das wollte ich damit überhaupt nicht ausdrücken. Ich weiß, dass du nicht so denkst. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist das alles im besten Einverständnis gelaufen. Nein, lustig, Ira Bear an dieser Stelle. Ich wollte unbedingt einen birnenförmigen Karasjane. Mir war es wichtig, dass die nicht alle gleich aussehen. Ja, super. Vielleicht wohnt ja der Legat Parren auch in Bonn. Das ist eine große Station. Wie sieht man doch Legat Parren? Legat Parren. Das hat aber ein Problem nach sich gezogen, denn wir haben es schon gesagt, Legat Parren, John Schuck, ist nicht der schlankeste. Und dieses karasjane Kostüm, das ist nicht einfach so ein Jumpsuit, den man sich überzieht. Das besteht aus 100 Einzelteilen. 100. Die man zusammenkleben muss. Und Sebastian, es gibt ja einen berühmten Karasjane, der da Modellstand für eigentlich. Ja, der Robert Blackman, der Kostümchef, hat das entworfen für Mark Alimo. Und der hat, wir kennen ihn, den alten Kettenraucher, den Gulduk hat, der hat 0 Gramm Körperfett. Und jetzt kommt auf einmal ein John Schuck und soll das Ding da anziehen. Und dann hat Bob Blackman gesagt, ja, wir haben uns für den John da etwas angepasst, was das Kostüm angeht. Aber der John ist auch das äußerste Extrem, mit dem wir noch arbeiten können. Noch dicker, dicker darf er nicht sein. Ich habe ja auch so eine Statur wie John Schuck und ich wäre kein guter Karasjane, glaube ich. Ich wäre auch so ein Legat. Du wärst ein sensationeller Karasjane, Simon. Findest du? Ja. Ja, ich rede auch wahnsinnig gern. Ich höre mich auch sehr gern reden. Du wärst aber so ein spitzbübischerer, so wie der Garak eben halt. Nur noch spitzbübischer. Ja, spitzbübischerer und auch zweite Reihe, nicht erste Reihe, hätte ich keinen Bock drauf. Das ist viel zu gefährlich bei den Karasjanern. Eher so jemand im Schatten. Ich hätte aber keine Schneiderei, ich hätte eine Kneipe. Ja, hätte ich auch gerade gesagt. Das hätte ich wirklich gerade gesagt. Du hast eben so eine Kneipe. Ja, nee, schön. Also der geht jetzt und wir wissen, dass Central Command möchte den Dukat jetzt da. Ja, einfach ziemlich offensichtlich. Der ist ja sowieso schon in Gefangenschaft kommen. Ja, dass die sowas machen, das würden die niemals machen. Das weiß Cisco jetzt auch. Er erklärt das auch nachher, warum er so denkt. Der Konflikt spitzt sie unterdessen auch zu, wie wir auf der Ops erfahren. Also die Karasjane haben zurückgeschlagen, haben eine Retaliation gemacht und Föderationsbürger haben ihr Leben gelassen. ein paar und also der Konflikt eskaliert. Der Meister hat ja die Aufgabe, die Warp-Signatur zu verfolgen und tatsächlich hat er das jetzt auch eingegrenzt auf fünf Klasse-M-Planeten, wo sie den Dukat vielleicht irgendwie hingebracht haben oder so. Jetzt wollen sie den holen und das Interessante daran, dass sie den holen wollen, ist die Diskussion mit Kira, die sich da anschließt. Sie sagt, was war der denn mit dem? Hast du doch den Pan gehört? Den Legat-Pan, den wollen sie gar nicht wiederhaben. Und überhaupt, das war doch hier der Schlechter, der Terrorfürst von Bajor. Der kriegt doch genau das, was er verdient. Lass den doch. Man kann es ihr nicht verdenken, dass sie so reagiert. Wir wissen, dass sie Dukat kannte, das haben wir schon gesehen, auch von der Besatzung her. Und ihr erster Impuls ist, lass den doch verrecken, den Typen. Der hat doch hier nur Mist gebaut. Sisko aber sagt, wenn das Zentralkommando den Tod haben will, das Central Command, dann muss ich ihn erst recht haben. Das reicht für mich als Grund in dieser ganzen Sache. Ich brauche ihn als Spieleinsatz, als Joker, als Karte. Brauche ich den Dukat jetzt. Und was sage ich mit dem Dukat? Sebastian, wir schalten rüber zu einer sensationellen Szene, finde ich. Ja, in der Tat. Die Sakona, Ältere von euch erinnern sich noch an sie. Sie war vor zwei Wochen zu Gast bei Trek am Dienstag. Die Vulkanierin, die Waffenschieberin, die macht jetzt eine Gedankenverschmelzung mit dem Dukat. Und irgendwie klappt das nicht. Was ist denn hier? Geht das denn nicht? Fragt dann auch noch der Manni Calavera, der steht da oben an der Leiter. Und dann macht Dukat einfach mal die Augen auf und sagt, ja, geht halt nicht, ne, bei mir. Das ist fantastisch, ne? Also, what's wrong? Es funktioniert nicht. That's wrong. Also, weißt du, in diesem Dukat-Duktus. Großartig. Und er sagt denen auch, Sakona sagt dann, er kann seine Gedanken irgendwie abschirmen und so. Ja, Disziplin. Das ist Disziplin, meine lieben Freunde. Und ihr macht das überhaupt nicht gut hier. Ihr wollt Infos von mir haben. Ihr macht so einen Quatsch, ja. Also, wir auf Cardesia, wir wissen, wie wir an Informationen kommen. Ja? Also, ihr müsst da ein bisschen früher aufstehen. Ich finde das stark, dass der da in Gefangenschaft ist und ist denen eigentlich völlig ausgeliefert. Die könnten den einfach umballern, wenn sie es wollten. Und er verhält sich so, ach, ihr dummen, dummen Kinder, ja. Jetzt habt ihr mich gefangen genommen. Ihr wisst da überhaupt nicht, wie das geht. Weißt du? Das ist einfach... Also, ich glaube, der Mexikaner sagt Cojones dazu, oder? Eine Mischung aus Wahnsinn und Cojones. Ich glaube, Legat Parren würde anders reagieren. Ja. Dukat ist schon ein spezieller Cardassianer, der auf so einem Seil zwischen, so einem Drahtseil zwischen, ja, Badass-Tum und Wahnsinn balanciert. Vielleicht denkt er sich auch, die bringen mir nie um. Das trauen die sich nicht, weil das würde noch für noch viel mehr Stress von der Föderation sorgen und fühlt sich da relativ sicher. Und bevor er da den, wie heißt der nochmal? Der Typ von Marquis. Manny Calavera. Steve, Manny Calavera, genau. Steve Guttenberg. Ja, Manny. Manny Calavera, bevor er den so weit provozieren kann, dass er ihm wirklich irgendwie was antut, taucht auch schon der Cisco auf. Vorher sagt aber die Vulkanierin noch was Interessantes, die sagt, wir wollen auch gar nicht so sein wie die Cardassianer. Interessant, ne? Ich habe ja mal, ich habe ja was ganz Spannenderes gelesen, was Spannenderes? Ich habe was Spannenderes gelesen, Simon, als das, was wir hier heute bereden. Nein, ich wollte sagen, ich habe jetzt ... Da vorgehe ich aus, dass du schon mal was Spannenderes gelesen hast, als das, was wir hier immer so bereden. Das hoffe ich sehr für dich. Jetzt zahlt es sich mal aus, dass wir aktuell um die Conventions rum einen kürzeren Produktionszyklus haben. Ich habe nämlich schon die Rückmeldung zu Teil 1 gelesen. Und da spekuliert unsere liebe Hörerin Brigitte aus Hamburg, Grüße gehen raus. Schöne Grüße von mir, ja. Spekuliert, dass die Sarkona eine etwas jüngere Vulkanierin ist und deswegen noch so ein bisschen unerfahren und gar noch nicht so ... Auch später mit dem Quark zeigt sie sich ja ein wenig blauäugig. Hier bekommt sie das mit der Gedankenverschmelzung nicht so hin. Das, finde ich, ist irgendwie ein zauberhafter Gedanke, dass das noch nicht so eine, ja, auf gut Deutsch, abgewichste Vulkanierin ist wie Spock und Co. Und dann aber auch gleichzeitig bei den Marquis. Das ist die jugendliche Radikalität, die wir hier sehen. Ja, genau. Und dann ist sie vielleicht auch in der Pubertät und das ist einfach nur Rebellentum, dass sie bei den Marquis ist. Maybe, maybe. Spannende Beobachtung, spannend. Ja, gut, aber das nur am Rande. Jetzt kommt ja der Sisko rein und rettet den Tag. Der rettet den Tag, aber ja, fast geht die ganze Sache noch in die Hose, denn der Dukat, der will nicht, dass der Sisko redet. Der sagt, schieß endlich, shoot them. Was machst du denn da? Schieß endlich. Aber Sisko versucht zu deeskalieren, sogar Bescheher. Hier, ganz, kommst du aus dem Nichts irgendwie. Wir sind doch alle auf einer Seite. Jetzt könnt ihr doch hier nicht das machen und alles. Und dann ist aber, verliert Dukat die Geduld. Der wämst die Sakona um, dann geht ein Feuergefecht los. Ein paar Leute werden betäubt. Dann versucht der Manni Calavera, die Leiter auszuklettern. Dann kommt ein sensationeller Moment, CGI. Der Odo wird auf einmal zu Lasso Man. Ted Lasso. Odo Lasso wieder, ja? Völlig schlimm, den Moment. Ich fand den aufgesetzt und, ach, weiß ich, wir müssen mal wieder so einen Odo-Spezial-Effekt machen. Also finde ich cool. Fand ich auch damals nicht cool. Okay. Dieses Lasso. Finde ich so ein bisschen. Ja, wir machen ja einen auf Terminator 2, nur haben wir nicht so viel Geld und das ist einfach nicht cool. Gut, gut, aber auch, dass der Odo sich einigermaßen unter Kontrolle hat mit seinen Shapeshifter-Fähigkeiten da. Schau mal vor, da hätte irgendwie so ein Speer oder sowas draus gemacht. Oh, na ja. Terribly sorry, Commander. I'm terribly sorry. Ja, aber dann holen sie den Ducata raus. Es wird aber der Manni Calavera laufen gelassen, weil der Sisko, der glaubt ja immer noch an das Gute im Kerl Hudson. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ich hab seine Uniform noch, die kann er wieder haben. Wir haben immer noch Zeit, wir können das friedlich lösen. Zeit wird aber langsam knapp, sag ihm das. Ja, so ein typisch, das ist auch ein bisschen so das Klischee, dieses Ding. Einer wird zurückgeschickt und sagt einem Boss, ja, dass wir das ändern müssen. Was ich aber auch schön daran finde ist, das ist eine von mehreren Szenen, wo so herauskommt, dass die alle diesen Manni Calavera überhaupt nicht ernst nehmen. Das stimmt. Für die ist das dieser drittklassige Handlanger des Karl Hudson, der gerade noch gesagt hat, jetzt werde ich Guldukat befragen. Aber alle sind so, ja, ja, komm, lauf, erzähl dem Karl Hudson, was wirklich wichtig ist. Stimmt, der hat's nicht leicht, dieser Charakter. Das ist absolut richtig. Das ist so Prügelknabe, ja. Er wird auch so gespielt, auch so. Das ist auch ein bisschen kleiner, der Typ und alles, da passt halt viel zusammen. Jetzt schalten wir auf Diebstfest ein, wir legen Kilometer zurück in dieser Folge, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Der Dukat, der ist jetzt, der tankt jetzt wieder auf. Das macht so ein Guldukat, wenn er einen harten Arbeitstag als Lagerkommandant so hinter sich hatte oder irgendein Abenteuer erlebt hat. Dann wird fürstlich gespeist, Sebastian. Und was für eine Freude der ist, das ist unbeschreiblich. Er gießt sich auch einen Kanar ein, der hier das allererste Mal in der Geschichte Star Treks auch ein dickflüssiges Getränk ist. und macht dabei auch so, ah. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so ein kleines Klapptischchen auf dem Schoß hatte und irgendwie Fernseh guckt oder so, während er da ist. Das hätte ich noch, ich hätte es gemacht an seiner Stelle. Also der Speist, dass das Monster braucht Nahrung. Der Speist mit einer Freude und auch einer Dukat-Haftigkeit. Also der Speist, wie er isst. Es ist einfach ein großes Zinnober, was da veranstaltet wird. Ein Spektakel. Es ist ein Spektakel, wenn Guldukat zu Abend isst. Ja, aber ohne Witz, Simon. Der macht das ja diesmal ohne Publikum. Ja, das macht er für sich. Der ist einfach immer so, als hätte er ein Publikum, ne? Ja, so ist er genau. Die feiste Völlerei wird unterbrochen durch den Spencer. Ja, der kommt da nämlich rein. Und sobald er reinkommt, muss du Kat natürlich sofort wieder reden. Ah, guck mal, so eine gute Mahlzeit, die entspannt mich einfach. Nach einem Atemtag ein bisschen, was man machen kann. Und Cisco sagt, das haben wir gemeinsam. Oh, was haben wir denn wohl sonst noch gemeinsam? Ja, nicht viel. Das Büro hatten wir mal gemeinsam. Das Büro hatten wir mal gemeinsam. Da besteht er ja sehr drauf. Das ist auch, dem weint er ja auch, wie wir wissen, immer noch die ein oder andere Träne nach. Und Sebastian, an dieser Stelle wird so eine leichte Freundschaft angetäuscht zwischen Cisco und Dukat. Dass Dukat vielleicht doch nicht so der Mega-Arsch ist. Vielleicht ist doch was Gutes an ihm. Und als ich damals die Serie das erste Mal gesehen habe, fand ich den Dukat ziemlich cool. Das ist ein cooler Charakter. Das ist natürlich ein Arsch, aber ein cooler Charakter. Und ich habe mir das irgendwie gewünscht, dass der Dukat auf die gute Seite kommt. Wir wussten noch nicht ganz so viel von dem, was der alles gemacht hat. Aber vielleicht habe ich gedacht, wird er bekehrt und wird dann Teil von Deep Space Nine. Und in irgendeinem Paralleluniversum ist er das auch. Und ich stelle mir das so ganz interessant vor, wie du so einen Dukat im Maincasters, an dem sich alle total reiben, der aber dann, wenn es hart auf hart kommt, echt nützlich ist. Ich glaube, so sieht sich selbst Dukat auch, ohne wirklich so zu sein. Und so sieht auch Marc Alaimo den Dukat, ohne dass der Charakter so ist. Das macht das doppelt faszinierend, weil der ist komplett überzeugt von Dukat, einfach der Marc Alaimo. Und für mich wird er ja tatsächlich noch sympathischer, weil das Dukat Sympathothermometer, das erreicht für mich den höchsten Punkt, da wo er fast, fast, aber auch nur fast, Kira so weit hat, dass sie was mit ihm anfangen kann. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Da werden wir mal demnächst drüber sprechen. Auch nicht zu viel spoilern jetzt. Aber hier ist das, ja, wenn das so der Anfang davon ist, dann ist es aber noch ganz schön am Anfang für mich. Okay, aber jetzt, Simon, kommt ja noch etwas. Da hat Michael Piller die Ohren gespitzt. Denn es geht darum, was passiert denn jetzt mit den kriminellen Marquis, Sakona und Co., die er jetzt hier hops genommen hat. Ja, die werden wir jetzt mal vor Gericht stellen und dann mal gucken, was sie so sagen können. Und wenn sie unwahrscheinlicherweise sich als unschuldig herausstellen, dann dürfen die auch wieder laufen. Und das ist ja für Dukat unerhört. Barbarisch, sagt er. Wie barbarisch? Ja, wir auf Kadassia, wenn dann jemand vor Gericht muss, steht das Urteil schon vorher fest. Und es ist auch immer dasselbe, das Urteil. Klar, wir denken uns das, ne, schuldig. Aber wir machen das, weil Cisco fragt, ja, warum macht ihr das denn überhaupt? Naja, das Volk will halt ein Gefühl von Gerechtigkeit. Die wollen sehen, wie das Böse ausgemerzt wird. Eine Show! Und Cisco sagt, und was, wenn ihr euch irrt? Kann es nicht mal sein, dass ein Unschuldiger verurteilt wird, wenn ihr einen Fehler macht? Und dann sagt Dukat, einfach so. Aber Kommander, Kadassianer machen keinen Fehler. Ja, super. Und das ist so ein Throwaway-Dialog hier in dieser Folge. Aber der Michael Piller hat das gehört, gelesen, die Szene gesehen, hat die Ohren gespitzt, ist in der Sekunde losgelaufen und hat eine Deep Space Nine-Folge in Auftrag gegeben, wo wir eine solche kadassianische Gerichtsverhandlung sehen werden. Könnt ihr euch darauf freuen, dauert nicht mehr lange. Er hat die wirklich so gegen Ende dieser Staffel in Auftrag gegeben und es ist auch schnell zum Vollzug gekommen. Ist auch eine tolle Idee. Meinst du, das ist vom Bär? So ein Dialog, Fetzen im Drehbuch, könnte ich mir vorstellen. Ja, das war eine Bär-Idee. Das Bär, das Bär, ne. So, und jetzt kommt noch ein köstliches Detail für den Dukat, mit dem er nicht rechnet, ne. Denn Sisko erklärt ihm jetzt übrigens, der Legat Parren war hier. Ah, der Legat Parren, die alte Socke, der hat bestimmt doch nach mir gefragt, ne. Und hat ihm Druck gemacht, dass sie mich retten und so. Ne, sagt der Ben, das war ganz anders. Der hat nämlich gesagt, dass nicht die Kadassianer da am Schmuggeln sind mit der Waffen, sondern dass du abtrünnig bist und das gemacht hast. Und dass sie dich gerne vor Gericht stellen wollen. Und das, du bekommst bestimmt auch ein wunderbares Gerichtsverfahren, so wie du das gerade so schön beschrieben hast. Einen Satz finde ich super. Das ist so super. Aber was ich noch viel superer finde, ist, dass dem Dukat jetzt nicht der Arsch auf Grundeis geht und der sagt, ach du, sondern er sagt einfach nur, das sieht ja so aus, als wären so die Gruppenbeziehungen zwischen mir und dem Zentralkommander so ein bisschen eingeschlafen. Also er ist immer noch cool as fuck an dieser Stelle. Aber trotzdem, er schaut Cisco nicht in die Augen. Er steht mit dem Rücken zu Cisco und er guckt nachdenklich zumindest. Also Scheming, Plotting. Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Aber es bringt ihn tatsächlich nicht aus der Fassung. Das ist sehr, sehr interessant. Bei den Kadassianern heißt sowas einfach nur, okay, müssen wir jetzt ein bisschen anders spielen, die Situation. Und dann sagt er auch so, ich glaube, ich wurde falsch informiert. Und da ist ein bisschen Wut drin. Da ist er, wie man den großen Guldukat nicht, den Commander der zweiten Order, wie er immer sagt, nicht informieren könnte. Ich wurde wohl falsch informiert. Commander, ich glaube tatsächlich, das Zentralkommando hat die Waffen da reingeschmuggelt. Ja, guck mal. Und als Cisco jetzt fragt, du wusstest nicht, dass sie da Waffen hinschicken, da sagt er, und das glaube ich ihm tatsächlich, nee, das wusste ich nicht, dass sie das machen. Ja. Aber zum einen weiß ich das jetzt und zum anderen, wenn die mich versuchen, unter die Busmitte zu schmeißen, dann drehe ich den Spieß jetzt um, dann beweise ich jetzt, dass sie das waren. Haha, dann können sie gar nicht anders, als mich wieder in ihre offenen Arme zu schließen. Und deswegen, danke schön, dass sie mich gerettet haben. Jetzt können wir ja mal wieder, wie letzte Woche schon, zusammen losfliegen und jetzt genau das beweisen. Der Ben und der Ghoul, die machen einen Deal. Ja. Dukat hilft beim Stoppen des Schmuggels, Benjamin beim Stoppen des Mackie. Ja. Und dann gibt es am Ende noch einen schönen Spruch. Dann geht Ben und dann sagt Dukat, und das meint er wahrscheinlich auch ernst, hör mal, danke, dass du mich gerettet hast. Und dann dreht sich Benjamin Cisco um und sagt, keine Ursache. Du hättest bestimmt das Gleiche für mich auch gemacht. Schön. Schön gespielt. Schön. Ja, schön. Jetzt kommt eine Expositionsszene, wo wir jetzt die nächste Aktion des Mackie herausfinden. Was haben die denn wohl vor mit diesen ganzen Waffen, die die Sakonala gekauft hat? Werden sie wohl Cardassia angreifen? Wir Bajoraner hätten das damit tun können, meint Kiran. Naja, ihr hättet auch verloren. Aber man erarbeitet sich so, da muss, es muss irgendein Ziel geben und dieses Ziel müssen wir herausfinden und diesen Angriff müssen wir aufhalten und dann können wir das ja beweisen, dass das Zentralkommando dahinter steckt. Wer ist der Einzige, den wir da jetzt im Kittchen haben, dafür, wo wir weiterfragen können? Die Sakonala oder was, wie sieht's aus mit Sakonala? Hat die gesungen? Nee, hat sie nicht. Habt ihr schon mal versucht, eine Vulkanerin zu verhören? Das ist einfach frustrierend, sagt er. Dukat bietet seine Dienste an, das wird dann einstimmig abgelehnt, ja, wie er die Informationen extrahieren würde. Aber zum Glück hat er ja Insider-Infos. Jetzt wird der Dukat nämlich nützlich. Der sagt nämlich, also man überlegt, wie sind denn die Waffen da überhaupt hingekommen? Das waren ja nicht die Karasianer direkt. Also wo haben die das hergekriegt? Und Dukat weiß, dass man mit den Xepolits Handel treibt. Ja, und was dann auch lustig ist, Moment, wir dachten, das wären die, wie heißen sie nochmal? Die Lissabianer. Lissabianer. Und dann sagt, nee, nee, das sind auch die Xepoliten. Die waren nur nicht so dumm, sich erwischen zu lassen. Das sagt Dukat. Das ist natürlich sehr schön. Schade, dass Gerag nicht da ist. Gerag. Das Gerag fehlt. So ein Mini-Auftritt von Gerag. Ja, aber die Folge, dann hättest du drei Teile daraus machen müssen. Ja, das stimmt. Weil die Folge ist ja schon so voll, dass man auch jetzt wieder hunderttausend Abermillionen, acht Milliarden von Kilometern einfach überspringt, indem man gar nicht sieht, was die jetzt als nächstes machen, sondern wir sehen direkt die Mekong, den Flitzer Mekong im Windschatten eines Xepoliten-Schiffes hinterherfliegen, wo man denkt, ja, die haben jetzt die nächsten Waffen an Bord. Man scannt, kommt erst mal nicht durch, weil sie sensorreflektiertes Material haben, Sebastian, auch im Schiff. Ich frage mich, warum das nicht jedes Schiff hat, weil dann wird es schwierig im All irgendwie überhaupt irgendwas zu scannen. Ja. Warum baut man nicht das ganze Flugzeug aus dem Material, wo die Blackbox draus gebaut ist, Simon? Dann wird das ja nicht kaputt gehen, wenn das abstößt. Ist der von dir oder hast du den woanders mal gehört? Den habe ich irgendwo mal gehört, ja. Er ist großartig. Aber es ist so ein Gedanke, den stellt man sich manchmal, wenn man zu betrunken ist. Dann stellt man sich diese, solche Fragen, ja. Das sind auch gute Fragen, die kann man auch gelegentlich mal stellen. Ja, schon. Und muss sie auch nicht beantworten, jetzt unbedingt. Das müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Wir treffen wieder so einen Händler. Haben wir ja in der letzten TNG-Folge auch öfter mal getan. Das ist der Drofo Ava. Ja, der könnte mit dem Gorta und dem anderen Arsch mit Ohren da losfliegen. Das wäre doch, ne? Ja, ja, ja. Tolle Truppe einfach. Auch der hat so eine Persönlichkeit. Der ist einfach, warum mal, was rufst du mich hier an? Was soll das überhaupt? Naja, wir glauben, ihr habt Waffen an Bord. Naja, wir haben Weizenhülsen. Und zwar 500 Tonnen oder irgendwie sowas. Weizenhülsen. Hätten sich nicht irgendwas anderes überlegen können, Sebastian? Wir haben 10 Paletten Münchner Helles. Fliegen wir zum Oktoberfest nach Neu-Berlin. Das kennen Sie doch, Herr Sisko, ja. Drei Kilo Weißwurst. Echte? Ja. Ja. Sisko kommt irgendwie nicht weiter. Der Ava, der sagt auch, wenn du an Bord kommst, das ist Piraterie. Und jetzt kommt natürlich die Stunde des Gull Dukat. Ja, jetzt kann er mal den Dukat hier ausspielen. Der Gull geht jetzt zum Dukat, Sebastian. Das passiert hier. Der geht jetzt zum Dukat. Erstmal schlägt er vor, das finde ich auch noch, bevor die funken, schlägt er noch vor, ja, kannst du einfach die Schilde runterballern und dann zerballerst du die Brücke von denen. Aber dann sind die doch alle tot. Naja, aber können wir doch gucken, ob da die Waffen am Bord sind. Also das ist so Pragmatismus der kaltblütigen Art, ja. Aber was schlägt er jetzt vor, um den Ava da rumzukriegen, Simon? Ja, der hält ihm eine richtige Rede auf, Dukat. Das Erste, was du jetzt machen wirst, ist, du wirst deine Schilde senken. Dann wirst du mit uns kommen, Richtung Deep Space Nine. Dann wirst du dich bohren lassen. Dann wirst du deine Ladung uns zeigen. Deine Fracht wird konfessiert. Dann unterschreibst du ein volles Geständnis. Und nur dann schicken wir dich wieder deines Weges. Ansonsten ballern wir dich jetzt hier aus dem Ei. Ja, aber du bist doch einer von meinen Auftraggebern. Und ich wurde doch auch schon bezahlt. Und dann fängt Dukat so ein Countdown an. Zehn Sekunden noch, sieben Sekunden. Und er ist immer noch, er war fast, hä? Vier Sekunden. Vier Sekunden. Und dann kommt eine Aussage von dem Ava, wo ich einfach nur, da bin ich voll lachend fast vom Stuhl gefallen, weil der Dukat macht diesen unbeirrten Countdown bis zur Zerstörung des Xipoliten-Schiffes. Und bei vier schreit der Ava einfach nur, hör auf zu zählen, hör auf zu zählen. Das fand ich toll. Und da fragt man sich natürlich, vielleicht hat der Ava auch schon mal Erfahrungen gesammelt. Stop counting! Mein Lieblingszitat, das ist mein Zitat der Woche. Stop counting, tatsächlich. Stop counting! Stop counting! Ja, ja, tolles. Haben wir lange nicht mehr ein Zitat der Woche, ne? Das ist schön, ja. Also, der Ava gibt sich geschlagen, sagt, okay, hier, ihr kommt an Bord, guckt ihr das halt einfach an. Und dann gibt es so einen interessanten Moment, der Sisko ist so ein bisschen amüsiert. Und die Kira guckt den Dukat an und guckt ganz schnell wieder weg. Was bedeutet dieser Blick? Kira ist richtig angefressen, so habe ich das interpretiert. Du ziehst ja immer noch deine mörderischen, erpresserischen Kadassianer-Sachen durch. Und jetzt hat es uns in diesem Fall mal geholfen. Und ich, Kira, fühle mich so ein bisschen schlecht, weil ich hin- und hergerissen bin zwischen Ekel und aber auch Erleichterung, weil das funktioniert hat. Und Dukat sieht das auch, dass sie so guckt und ist so, sieh mal eine an. Und ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass Kira ihn anguckt und bewundert, also was heißt nicht bewundert, aber dass sie diesen Auftritt gut fand, wie Dukat das System gelöst hat, sich gleichzeitig aber vor sich selbst ekelt oder sich schämt, warum habe ich den jetzt, wie kann ich den bewundern? Also wie kann ich das gut finden, was der hier macht? Ich hasse diesen Typen. Aber ich sehe einen gewissen Zwist da drin in Kiras Blick. So habe ich das interpretiert. Wenn sie sofort wegguckt. Und Kira ist niemand, der einfach so wegguckt. Wenn sie verächtlich guckt, dann guckt sie einen genau an. Nee, sie fand das ganz schön cool, was der Dukat da abgezogen hat, aber gleichzeitig ist es halt der fucking Dukat. Richtig. Das hat man nicht cool zu finden. Spannend. Das finde ich spannend, diesen Blick. Fand ich super. Ja, überhaupt. Es sind wieder tolle Szenen, vor allen Dingen die, wo du Karten mitkriegst. Hammer. Hammer, was hier alles passiert in dieser Folge. Hammer. Wenn der ist in dem Knast. Der alte Kapitalist, ja, der Quark, sitzt da jetzt und sitzt mit der Vulkanerin ein. Die sitzen auch noch in derselben Zelle. Eine, weiß ich nicht, ob Odo das absichtlich gemacht hat oder so, finde ich ein bisschen komisch, aber die sitzen beide in derselben Zelle. Und die diskutieren jetzt. Und Odo denkt sich, ich setze sie in dieselbe Zelle, aber natürlich ist da eine Wanze installiert von ihm. Ja, die hört sich alles an. Ja, genau. Deswegen sitzen die zusammen in der Zelle. Aber Quark hält der Vulkanerin eine Predigt. Sag mal, ich fühle mich hier total scheiße. Ich sitze jetzt hier im Knast und alles ist deine Schuld. Du bist schuld. Wie kann man nur so dumm sein? Wie könnt ihr denn den Kandasianern trauen? Seid ihr eigentlich völlig verrückt? Und Quark geht sogar so weit, dass er sagt, wir wissen ja jetzt, dass das Zentralkommando, das Kandasianische, euch zerstören möchte. Und deswegen ist das super unlogisch, was jeder macht eigentlich als Maki in der DMC. Ja? Wie unlogisch. Willst du mir jetzt hier einen erzählen? Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo Brigitte gedacht hat, die ist die Unerfahrener. Weil jetzt kann der Quark ja aufdrehen. Jetzt dreht der Quark auf. Er sagt, guck mal, die dritte Erwerbsregel der Ferengi. Gib niemals mehr für den Erwerb aus oder für den Kauf von etwas, was du musst. Nur das Mindeste. Und was ihr kaufen wollt, eure Ware ist ja Frieden. Ihr wollt Frieden kaufen. So. Frieden ist auch super. Aber nicht zu jedem Preis. Ihr wollt da einen mega hohen Preis für zahlen, indem ihr einen kleinen Krieg da vom Zaun führt. Oder so ein Bürgerkrieg. Oder so ein Guerillakrieg. Aber überlegt doch mal. Das Zentralkommando wurde erwischt. Was passiert jetzt als Nächstes? Jedes Schiff der Karasianer, was da in diese demilitarisierte Zone kommt, wird untersucht. Wird durchleuchtet. Da kommt keine Waffe mehr durch. Die karasianischen Sieder werden nicht kämpfen. Ja, aber die haben doch jetzt Waffen. Ja, beide. Wir haben Waffen. Beide Fraktionen haben Waffen. Aber niemand hat einen Vorteil. Und deswegen ist der Friedenspreis aktuell auf niedrigem Niveau. Und jetzt muss man verhandeln. Und wenn man das eskaliert, weiter, weiter eskaliert, und die eine Seite wird stärker, und die andere weniger und so weiter, und es geht immer hoch und schaukelt sich hoch, dann wird der Frieden teurer. Findest du das nicht logisch? Und da habe ich einen Szenenapplaus für Quark und Armin Schimmerbein gegeben in dem Moment. Weil ja, was da passiert und auch was hier nach noch passiert, das ist diese Eskalation in der DMZ. Und der Einzige, der das Ganze durchschaut und auch wirklich sagt, ja, ist doch ganz einfach aufzulösen und sogar recht hat, genau so könnte man es auflösen, das ist der dumme Ferengi, in Anführungszeichen, über den jede Woche Sprüche gedrückt werden. Oh, der eklige Wurm. Oh, der nervt so. Oh, der führt immer nur Schlechtes im Schild. Ja, jetzt sitzt er da im Knast, hat überhaupt gar keine Handhabe mehr für irgendwas, und ist der eine, die eine Stimme der Vernunft. Quark ist die eine Stimme der Vernunft in dieser ganzen Folge. Alle anderen, alle anderen sind nicht so vernünftig wie Quark. So, so nehme ich das wahr. Ja, und das möchte ich jetzt gar nicht durch irgendwelche weiteren Dinge kaputt machen, weil das hast du wunderschön auf den Punkt gebracht. Das würde ich so unterschreiben. In diesem Fall, in dieser Situation hat Quark recht. Alles andere ist einfach nur Blutgeld. Und das ist ja nochmal so eine Unterwanderung oder vielleicht sogar eine Verstärkung dessen, dass der Sisko vorhin gesagt hat, es ist einfach, ein Heiliger im Paradies zu sein. Wir sind jetzt sogar an einem Punkt angekommen, wo die Sternenflotten-Offizierinnen und Offiziere ihre Pflicht tun, so wie Sisko und Dax und der Miles, dann hast du nicht gesehen, und die verfolgen da jetzt das Ziel, eine gütliche Lösung zu finden. Aber die Föderation hat hier nicht die rettende Idee, die rettende Idee hat der Kapitalist, der da unten eingesperrt ist. Ja, kannst du mal sehen. Es gibt ja noch weitere solche Quark-Momente, die uns in den nächsten Jahren blühen, wo Quark einfach mal kurz innehält und was sagt und dass man schlecht wegdiskutieren kann. Also ganz spannende Szene an der Stelle. Kriegt nur keiner mit. Also von den Agierenden hier. Jetzt findet man heraus, dass die Marquis ein Waffendepot attackieren wollen. Das ist das nächste große Ziel. Die Info kommt von Sarkonna. Und jetzt die Frage, wo? Und das weiß Sarkonna nicht. Behauptet Sarkonna. Dukat stellt das so ein bisschen in Frage, aber Sisko ist sich überzeugt davon. Okay, sagt Dukat, ich kann rausfinden, um welches Waffendepot es sich da handelt. Ich habe nämlich zwar selber keine guten Beziehungen mehr zum Zentralkommando, aber ich kenne Leute gut, die gute Beziehungen zum Zentralkommando haben. Das finden wir mal raus. Zwischendurch schlägt er auch noch vor, dass er ja mal die Sarkonna jetzt auch befragen könnte. Da meint er, Sarkonna, nee, nee, lass mal. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Während er das versucht herauszufinden, und du sagst es so wunderbar, Simon, es werden Kilometer gemacht in dieser Folge, da hat sich der Sisko schon in die nächste U-Bahn gesetzt und ist wieder auf die Kolonie geflogen in die DMC. Und da ist gerade, tagt gerade der Stadtrat. So eine Mischung aus Stadtrat und Marquis. Wahrscheinlich sind nicht alle Marquis, vielleicht sind doch alle Marquis. Und wir haben jetzt gerade gehört, ja, das Letzte, was da die Chefin sagt, ist, dass die Replikatoren sabotiert wurden und dass deswegen 35 Leute mit der Scheißerei ins Krankenhaus gekommen sind. Und weißt du, an wen ich da denken musste, Simon? An Ma, an Nan, Sheila. Oder? Sehr gut. Sehr gut, ja, schon. Da habe ich gedacht, da hat doch einer diese Backwarn-Sache sich durch, der Ira Bear kannte das doch, sonst würde das doch nicht so, oder? Vielleicht, ja. Ja, kann sein. Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, ja, das ist ja ein großes Thema gewesen. Damals, ja. Wir erfahren aber auch, das finde ich, ist eine ziemlich gute Szene. Wir merken nämlich, dass das Leben ganz schön kacke ist da unten. Es gibt Ausgangssperren, ja, Sabotageakte, du sagst es, also alles ziemlich heikel. Und in diese feine Runde platzt jetzt der Spencer und der sagt denen, redet den nochmal so ins Gewissen und sagt, Freunde, mir ist egal, ob du bist vom Marquis, du vielleicht nicht, ist mir Latte. Ich will euch eins sagen, wir müssen aufhören mit diesem Quatsch. Wer ein Feind von Cardassia ist, ist auch ein Feind der Föderation. Das sagt der ganz klar. Wenn ihr die Karasianer attackiert, attackieren wir euch. Daraufhin sagt Manny Calavera, ich glaube, es hackt. Ja, das sagt er dann. Er sagt, wenn ihr dieses Depot angreift, ich warte da auf euch und werde euch aufhalten. Und dann, Sebastian, gehen plötzlich mehrere Türen auf, an allen Seiten dieser Halle und Marquis stürmen heran mit Waffen. Und die Haupttür, da kommt der Schiff persönlich, Cal fucking Hudson, betritt den Raum. Und sagt auch, was für eine wunderbare Rede, Mensch. Eigentlich müsste ich dich jetzt umballern, oder du bist immer noch mein alter Kumpel Ben, deswegen lasse ich das mal. Und dann stellt der Sisko die in eine Tragetasche verpackte Uniform des Cal Hudson auf den Tisch und sagt, hier ist nochmal deine Uniform, falls du es dir anders überlegst. Und Simon, jetzt zweifle ich langsam an dem Sisko so ein bisschen. Soll jetzt der Cal Hudson in diesem Moment sagen, ach so, ach, jetzt hast du mir die Uniform hier mitgebracht. Ja, dann ziehe ich dir, dann komme ich wieder mit dir mit, wenn du dir so kommst. Und das ist, also da muss ich auch sagen, das ist ultra naiv. Ja, der Hudson nennt ihn einen Optimist, aber ich finde das naiv, einfach nur diesen Move. Sisko verschließt dir die Augen davor. Und Sebastian, mein großes Problem an dieser ganzen Hudson-Sisko-Nummer ist, der Hudson kommt aus dem Nix. Wir haben den irgendwie gesehen, letzte Folge, da ist der dann da, dann wird uns erzählt, das sind die dicksten Freunde. Ich finde, die Chemie geht so zwischen Hudson und Sisko. Die Chemie zwischen Mark Alemo und Avery Brooks, die ist zehntausendmal besser, also zwischen den beiden Charakteren, als zwischen Hudson und Sisko. Auch die Chemie beispielsweise zwischen Sisko und seinem Vater oder zwischen Sisko und Jake oder zwischen Sisko und Kira ist zehntausendmal besser, als die Chemie zwischen Sisko und Hudson. Das funktioniert einfach nicht. Ich nehme dem das nicht ab. Vielleicht spielt auch dieser Altersunterschied da mit rein, dass du denkst, die waren nie im Leben auf der Zusammenarbeit irgendwie. Und deswegen versteht man auch nicht, warum Sisko so sehr an seinen Freund noch glaubt, dass der noch den Bogen kriegt. Und das bin ich bei dir. Also finde ich auch albern, was wir hier sehen und unrealistisch. Zum einen das und zum anderen denke ich auch, die Föderation verfolgt ja ihre ganz klaren Sachen und ist so in Grautönen hin- und hergerissen mit dieser verfahrene Situation. Kann das ja in Form des Dukat und des Legatpaaren auch in gewisser Weise, ja. Aber der Kerl Hudson und der Manny Calavera, wie sie uns hier begegnen, die wirken auf mich nicht so, als würden die einen guten, zielgerichteten und untermauerten Plan haben. Chaotisch. Und vor allen Dingen wirkt der Kerl Hudson auf mich hier so durchgeknallt, wahnsinnig impulsiv wie eine Captain Janeway zu ihren schönsten Zeiten. Du greifst vor, Mensch. Das musst du doch genauer erklären. Du kannst dir nicht einfach so einen Satz hier reinbringen. Ich möchte das jetzt schon mal als einen Furz in den Raum stellen, weil in den nächsten Jahren möchte ich das ja ausführen. Das müffelt ein bisschen. Aber ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Das wird großartig, unsere. Aber ja, sehe ich auch so. Ich finde, Hudson wirkt fanatisch. Und jetzt verliert man so ein bisschen das Verständnis auch für die und denkt, das ist eigentlich wirklich, ja, es sind halt wirklich Terroristen. Die muss man auch aufhalten, weil die sind verrückt. So. Und dann denkt man weiter. Ja, die Cardassianer sind irgendwie die Bösen. Aber was, wenn der Marquis vielleicht sogar angefangen hat? Vielleicht sind die Aggressionen ja sogar von denen ausgegangen. Wer weiß, ne? Und das sind die Gefühle, die man nicht haben sollte, glaube ich. Also das ist nicht intendiert so, dass man den Marquis so sieht, sondern man sollte, finde ich, sollte das deutlich ambivalenter sehen. Und ich glaube, viel liegt in dieser Figur des Hudson. Die ist nicht gut gecastet und das ist nichts gegen den Schauspiel-Legende. Sie ist deswegen nicht gut gecastet, weil sie mit dem Brooks nicht harmoniert, mit dem Sisko. Und all das führt dazu, dass man eigentlich kein Mitgefühl mit den, oder ja, Mann, ja. Also ich kann ja vielleicht rezipieren, dass unsere Hörerinnen und Hörer ganz anders, aber ich empfinde wenig bis kein Mitgefühl mit den Leuten in der DMZ. Tun mich da auch super schwer. Und das steht und fällt mit Carl Hudson, ja. Und eigentlich ist es so eine spannende Geschichte und man hätte da, also es hätte eigentlich besser funktionieren müssen. Ja. In der Tat. Ja, wie reagiert Carl Sebastian? Jetzt macht er es nämlich, deswegen war ich vorher ein bisschen verwirrt, und er ballert die Uniform weg mit seinem Phaser, desintegriert die. Das Thema ist abgeschlossen für ihn. Das ist auch wieder so eine Nummer, wo ich denke, gut, dass der zählen kann. Weil der hat den Phaser auf desintegrieren stehen und feuert den so auf Bauchnabelhöhe in einen Raum, wo lauter Leute stehen. Ja. Das ist auch immer, ich kann nicht so gut zählen. Gut, dass er das geübt hat. Ich auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich den Cisco weggeschossen. Oh, oh. Oder noch viel schlimmer, hier unseren Tommy Pieper. Oh, tragisch. Naja, gut. Ei, Karamba! Ey, was war? Ei, 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 ei. Was haben wir, Herr Wolli? Okay. Ja, nee, Entschuldigung. Komm, noch acht Minuten, übrigens, in der Folge. Ich habe auf die Uhr geguckt, ja. Noch acht Minuten. In diesen acht Minuten müssen wir dieses ganze Finale ja noch sehen. Und deswegen gibt es jetzt wieder einen kilometerweiten Sprung in die Brimer-Kolonie. Da ist nämlich das Depot. Wir sind mit mehreren Runabouts vor Ort, um diesen Angriff zu verhindern. Oh, erst mal sind wir noch auf der Ops und planen ein bisschen den Angriff. Entschuldigung. Ach so, stimmt. Ja, ja, stimmt. Genau. Also man muss, ja, man spricht noch mal, was passiert, wenn die das Depot wirklich in die Luft jagen. Dann sterben kardasianische Zivilisten. Dann müssen die Kardasianer reagieren. Das sagt selbst der Meister, der nun wirklich kein Fan der Kardasianer ist. Und das bedeutet Krieg. Also dann schaukelt sich das Ganze hoch. Man spricht noch gut, wenn wir dann da sind, dann müssen wir feuern. Also wenn die uns angreifen, müssen wir auf die feuern. Aber versucht mal nicht, die gleich aus dem All zu pusten, sondern erst mal zu disablen. Ach, du wieder, sagt der Dukat. Du wieder. Ach, ich würde dir ja. Aber gut, machen wir mal. Und jetzt fliegt eine kleine Runabout Armada mit Dry Runabouts. Fliegt Richtung, wo ist der Ricky Harris in mich gefahren? Fliegt Richtung Briner-System und passt da auf, dass da keiner durchkommt. Aber die bleiben auch so weit weg vom Briner-System, dass die von den Kardasianern da noch nicht gemessen werden, damit der Angriff dort nicht auffällt. Ja, das erklärt auch, warum es Runabouts sind und nicht irgendwie in Föderationsschiffen groß ist oder so wahrscheinlich. Es soll halt nicht so auffallen, was da passiert. Eine Sebastian-Mekka-Frage an dieser Stelle, Simon. Yes, bitte. Hat die Föderation keine Air Force für solche Sachen? Da sitzt jetzt an diesen Steuerknüppeln von diesen drei Runabouts, sitzt die Führungsriege von Deep Space Nine und Gul Dukat. Und sowas ähnliches habe ich ja gerade auch schon angedeutet. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Warum sind da gar nicht Profis am Werk? Also warum ist da nicht ein Kampfschiff oder sonst irgendwie was? Ja. Kann ja ein kleines sein. Oder muss doch sowas geben. Nee, das sind unsere Helden hier. Und sie stellen sich ja alle auch nicht besonders toll an, muss man sagen. Insbesondere Dax und Kira in ihrem Runabout, die sind relativ nutzlos, finde ich, bei dieser ganzen Aktion. Aber was passiert? Es kommen zwei kleine Föderationsschiffe an. Die sehen so aus wie Mini-Defiants, finde ich. So Miniatur-Versionen von der Defiant, von der Form her. Aber fast eher so wie Star-Wars-Flieger. So Arvings heißen die, glaube ich, oder so. An dir mich, dir mich so erinnert. So eher so kleinere, kleinere Schiffe, ne? So Jäger. Sieht auch ein bisschen aus, als wären es klingonische Zivilschiffe. Ja. Stimmt. Man funkt miteinander. In einem Schiff sitzen Tommy Pieper und Kel Hudson. Ja. Es wäre lustig, wenn da wirklich Tommy Pieper säße. Ja, oder Billy Dee Williams und dieser eine Typ. Also so, das hat mich das auch irgendwie geändert. What do we have here? Ja, und dieser eine Typ daneben, weißt du, der ... Der Lobot. In Jedi. Ja, der Lobot, genau. Ja. So ähnlich wirkt das. Empire meinst du? Empire, natürlich. Nee, Jedi ist er doch in dem Falken. Ach, du meinst den Nyan Numb. Ja, den, genau. Ja, okay, alles klar. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich dachte, du meintest den Glatzkopf mit dem ... Den meine ich nicht. Der ist natürlich. Der ist natürlich. Der ist natürlich. Alles klar. Also, völlig ohne Zweifel, aber den meinte ich jetzt nicht hier. Ja, okay, okay, okay. Ja, nee, also die sitzen da jetzt. Tommy Pieper, ey. Es wäre so lustig, wenn es Tommy Pieper wäre. Ich habe mal ein Interview mit dem gelesen. Es ist finanziell nicht so rosig bei Tommy Pieper dieser Tage. Ja, das ist schade. Das finde ich auch schade. Aber der moppert in dem Interview auch rum. Für Alf gibt es wenig Tantiemen, das könnt ihr mir glauben. Und so was sagt er dann da so. So, ei, 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 das ist aber ein bisschen bitter. Bitter, bitter. Ich muss jetzt, und ich will wirklich ihm nicht zu nahe treten, aber ich habe gerade tatsächlich das Nachbarnpublikum gehört nach dem Satz so. Oh nein. Nee, komm, wir wissen noch nicht, was da war. In meinem Kopf war das Nachbarn. Weil ich, also man kann Alf im Original und so, aber Tommy Pieper war schon großartig. Also viele Grüße an Tommy Pieper, wenn er uns zuhört, du hast den Alf echt gut gemacht. Ja, das stimmt schon. Gehört einfach dazu. So, und ich hoffe, dass es dir gut geht. Jetzt sind wir in, lebt der Baum? Tommy Pieper lebt noch. Ja, ja. Hoffe ich. Ja, das Fett brennt. Das Fett brennt. Ruft jetzt auch der Kerl Hudson und es beginnt ein Dogfight, wie wir ihn in Star Trek noch nie gesehen haben. So ein richtiger Space-Dogfight mit fünf Schiffchen. Ansatzweise gab sowas schon mal in dem Kreis zwei Teile, als Kira und Dexter in diese Spinnenhöhle gegangen und dann losgeflogen sind, aber in dieser Form ist das einfach mal ein Novum bei Star Trek. Richtig. Das kann man mal sagen. Sie haben da, was sie bei dem Dschungel am Anfang gespart haben, dass sie nicht on Location gegangen sind. Das Geld musste wahrscheinlich alles für den Dogfight hier auf den Kopf gehauen werden. Ist tatsächlich gelungen. Es passiert, geht auch schnell jetzt, Schlag auf Schlag. Ja, das eine Schiff disabelt das andere, dann wiederum wird das andere disabelt und so weiter und so fort. Ich glaube sogar, das Schiff mit Ducat und Sisko, das Runabout, wird ausgeschaltet. Sie müssen, glaube ich, den Kern sogar abschalten von dem Schiff. Aber auch, die anderen Schiffe sind kaputt und Kel bleibt jetzt nichts anderes übrig. Kel und sein Kollege, ich glaube, der Tommy Pieper-Joke ist jetzt durch. Also, Steve Guttenberg, ja, die müssen jetzt, die will jetzt abhauen, der Kel. Und jetzt ist eine überaus konstruierte Situation so, im Prinzip, der Tommy Pieper, nein, jetzt sage ich schon Tommy Pieper, jetzt hat es mir so in die Flur ins Ohr gesetzt. Der Kel Hattenson, der Kel, nein, er ist doch nicht Kel Hattenson. Komm, wir haben es gleich geschafft, der Kel Hattenson, ja. Der Kel Hattenson könnte jetzt das Spencer-Schiff zerschießen und umgekehrt. Und die beiden Freunde müssen dann jetzt nicht nochmal eingestehen, ohne dass sie miteinander funken. Richtig, ja, die funken schon miteinander, aber ohne dass sie einander von Angesicht in Angesicht sehen. Wir stehen auf anderen Seiten, unsere Freundschaft ist beendet, das wird nichts mehr mit uns, aber wir können einander jetzt auch nicht aus dem All ballern. Sehr zum Missfallen auch nochmal des Dukat, der richtig aufspringen will und sagt, jetzt schießt schon, du. Aber wird dann auch nochmal vom Sisko zurückgerissen in den Stuhl und so trennt man sich dann. Nee, nee, wir feuern jetzt nicht aufeinander. So trennt man sich, genau. Dukat sagt, du bist ein sentimentaler Vollidiot. Ja. Zu dem Sisko, das ist ein, da kann man drüber reden, weil im Grunde lässt Sisko den Hattenson jetzt gehen. Und es kann ja auch eine Gefahr sein. Ja. Kann ja Konsequenzen haben. Also es ist durchaus diskutabel, aber es ist natürlich nicht sehr Starfleet-mäßig da, den einfach aus dem All zu blasen. Sisko sagt, du werde keinen guten Mann töten und dann endet die Folge im Grunde. Man ist auf der Station, Dukat ist weg, Kira kommt wieder beim Sisko rein, sagt der Dukat, der ist abgehauen. Runabouts werden übrigens repariert und dann sagt der Sisko noch, ja, ist ja toll, ne? Weißt du, was ich gerade bekommen habe? Ich habe Glückwünsche bekommen von der Föderation. Wie toll ich das doch alles gelöst habe. Frieden mit den Kadassianern und die Leute in der DMC sind denen tatsächlich egal. Und Kira sagt auch was für sie Erstaunliches, weil sie war ja mal eigentlich auf der Seite der Widerstandskämpferinnen und Kämpfer und sagt, naja, dir stehen diese Glückwünsche auch zu. Du hast einen Krieg verhindert. Und dann muss natürlich dieses zum offenen Ende muss er fast in die Kamera gucken und sagen, ja, aber habe ich das wirklich oder habe ich lediglich das Unvermeidliche herausgezögert? Ach, das ist so, die Klischee-Butter wird jetzt hier daumendick aufs Butterbrot geschmiert, aber gut. Ich hätte es besser gefunden, wenn er gar nichts gesagt hätte. Ja. Wenn er Kira einfach nur angeguckt hätte. So. Ja. Damit endet die Episode. Ira Baer wollte am Ende der Episode den Kel Hudson sterben lassen. Aber Chef Michael Piller war anderer an sich, Sebastian. Und dann hat er nochmal wieder seine Meinung geändert, der Chef Michael Piller. Er hat nämlich die Dailies gesehen, nachdem sie gefilmt haben und hat sich dann zu Ira umgedreht in diesem Minikino, hat gesagt, scheiße, ja man, du hattest recht. Wir hätten Karl Hudson umbringen sollen, das wäre dramaturgisch besser gewesen. Wie siehst du das, Simon? Ich sehe das auch so. Ich hätte Karl lieber über die Klingel springen sehen. Vor allen Dingen auch, man sieht den ja nie wieder, den Bernie. Ja. Der wird nicht fortgesetzt. Dennoch war Ira Baer sehr stolz auf diese Folge. Er sah darin in den Startschuss für den etwas dunkleren Blick auf die Ideologie Star Treks das erste richtige und ernsthafte Infragestellende bisher als gegeben gesetzten Trackgrundlagen. Und in diesem Zusammenhang nennt Baer viele sich daran anschließende Charaktere, Episode, Handlungsbögen. Und manchmal nur einzelne Szenen, die sich eben aus der Deep Space Nine-Doktrin ergeben, die Cisco's It's Not Easy to Be a Saint in Paradise hier gesetzt hat. Die wollen wir aber heute hier nicht erwähnen, denn es gibt ja Leute unter euch da draußen, die zum ersten Mal mit uns durch die Welt von Deep Space Nine reisen. Und dann werden wir das jeweils immer ansprechen, wenn es soweit ist. Und es wird passieren, das könnt ihr uns glauben. Sebastian, es fehlt ein Fazit. Soll ich mal starten? Ja, mach mal. Das ist schon ein dickes Ding. Also diese beiden, dieser ganze Zweiteile, The Marquis, ja, ich finde das absolute Highlight ist Ducat und Cisco, also diese Beziehung der beiden, wie sich das so entwickelt. Die Riesenschwäche für mich ist die Beziehung Hudson und Cisco, das habe ich gerade gesagt. Also dieses, was ja eigentlich so der emotionale Kern auch sein sollte, diese Freundschaft und Freundschaften werden auseinandergetrieben durch diesen politischen Konflikt und grundsätzlich andere Ansichten. Das funktioniert einfach nicht, weil ich Kerl Hudson nicht gut finde. Ich finde den Charakter nicht gut, ne? Weil das wäre so schön gewesen, hätte das funktioniert, hätte auch dieses Spiegelbild, Feinde werden zu Freunden durch diesen Konflikt, nämlich Ducat und Cisco, zumindest zeitweise. Ja, und am Ende muss man sich dann wieder besinnen, wer ist denn jetzt mein richtiger Freund? Dieser Cardassianer hier, dieser knallharte Arsch oder dieser Typ, der vielleicht ja sogar einen richtigen Grund hat dafür, dass er der Föderation in den Rücken kehrt. Also dieses Spannungsfeld funktioniert einfach nicht, weil wir einfach zu wenig von Herzen sehen, zu wenig von diesem harten Marquis leben. Wir haben uns ja sogar ein bisschen lustig darüber gemacht in unserer Besprechung, ja. Ja, wir hören das nur so am Rande, aber das hätte noch viel stärker da reingemusst. Ich hätte noch viel mehr davon sehen müssen. Und das, das tut mir echt leid, weil ansonsten finde ich diesen Zweiteil echt großartig für die Zukunft von, wie Börder sagt, für die Zukunft für Deep Space Nine, so ein völlig neuer Weg, der da beschritten wird, ja. Liegt den Grundstein für Dukat Sisko, liegt den Grundstein, wie ich finde, nochmal, oder treibt das weiter, Dukat Kira, so ein bisschen ist da drin. Ich fürchte, das hätte alles besser sein können und leider muss ich diese Kritik an der Figur des Hudson festmachen. Der Daumen geht trotzdem nach oben. In der Gesamtschau ist das für mich eine sehr besondere Folge, die auch spannend ist, ja. Also ich finde das auch spannend inszeniert, die ist atemlos durch das All. Und ja, liegt mal eben so den Grundstein für Charakter-Szenen in Deep Space Nine und den Grundstein nochmal für eine Serie, die wir bald besprechen werden. Und das ist schon ein großes, großes Ding, also großes Ding. Und deswegen geht der Daumen für mich nach oben. Es hätte nur, es hätte sensationell werden können, ist es aber leider nicht. Es ist nur sehr gut geworden. Du bist dran. Ja, es ist erstaunlich, was diese Folge der Welt von Star Trek hinzufügt. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen ganz auf der oberflächlichen Ebene, dass da ein neuer politischer Player auf einmal auftaucht. Das hat man nicht alle Tage. Dass ein neuer politischer Player, wie wirklich jetzt, jetzt gibt es neue, ein neues Volk, das so wichtig ist wie die Romulana vielleicht. Nur ist es kein Volk, es ist eine Fraktion, sie heißt Marquis. Und die sind jetzt da und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und interessanterweise wird sich da mit Deep Space Nine fast schon mehr auseinandersetzen als die Serie, für die man eigentlich hier diesen Elfmeter auf die Ziellinie da gelegt hat, nämlich Voyager. Aber gucken wir mal, kommt ja alles noch. Aber gleichzeitig wird es auch subtextuell reicher, das Star Trek Universum, in dem hier gesagt wird, ist alles nie in Ordnung. So richtig, ne? Und es gibt viele schmutzige Ecken, wo du besser nicht mit der Taschenlampe draufleuchtest, die Data und Geordi immer dabei haben, wenn die in Star Trek Höhlen gehen. Oder in ausgeschaltete Schiffe. Da darfst du nicht so genau draufleuchten. Dann siehst du nämlich die Wiesel unter dem Cocktailtischchen, die der Harold Pinter gesagt hat. Und diese beiden Welterweiterungen finde ich nicht nur phänomenal, die finde ich sogar für Star Trek monumental bedeutend. Das ist wie eine Folge, wo auf einmal du gesagt bekommst, es gibt Vulkania. Ja, so bedeutend ist das für mich, für das weitere Voranschreiten von Star Trek. Die Szenen mit Dukat geschenkt, haben wir schon im ersten Teil gesagt, funktioniert einfach von vorne bis hinten. Firing on all cylinders. Was einem tatsächlich hier in Stich lässt, ist das, was auch du schon gesagt hast. Das ist die Sache mit Carl Hudson. Wozu führt das? Naja, zum einen, dass diese Freundschaft nicht so richtig plausibel erscheint. Aber schlimmer noch eigentlich, die Marquis werden nicht zu Sympathieträgern inszeniert für mich. Eigentlich müsste man als Zuschauer aus einer solchen Geschichte noch viel ratloser rausgehen, als man sowieso schon tut, weil man eben auch an die Marquis Sympathien knüpft. Zum Glück wird Star Trek diesen Fehler bei der vierten Folge dieses monumentalen Crossovers korrigieren. Korrigieren. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass man dann sagt, ja Moment, wir müssen die schon auch irgendwie sympathisch machen. Also lasst uns nochmal eine vierte Folge machen, die das dann noch macht. Ob das dann gelingt, werden wir dann uns unterhalten, wenn es soweit ist. Lange dauert es nicht mehr. Zu meinem Fazit gehört aber auch, dass man dieses sympathisch machen nicht nachliefern darf. Das ist eigentlich der erste Schritt. Du kannst uns nicht hier Els bezeigen, Karl-May-Festspiele und man denkt so, was läuft denn da? Und Karl Hatzen reißt mich auch nicht so vom Hocker, weiß ich auch nicht, ob ich den so gut finde. Und dann hinterher sagst du, ach übrigens, sie sind ja auch irgendwie nett manchmal. Und bisher ist das noch nicht geschehen. Und deswegen kann ich auch hier sagen, es ist eine hervorragende Folge. Der Daumen geht nach oben. Es gibt aber Abzüge in der B-Note. Tatsächlich. Und bei der ersten Folge habe ich noch gedacht, ich müsste den D. Kelly Award für diese Geschichte im Ganzen zücken. Und jetzt sehe ich das ein bisschen schwieriger, weil eben diese Punkte da drin sind, die wir schon erwähnt haben, zur Genüge. Und die zweite Folge ist auch einfach chaotischer geschrieben. Ständig werden große Distanzen überbrückt. Springen von da nach da nach da nach da. Das macht das Ganze irgendwie größer. Aber das macht das Ganze auch so, dass das schon echt unübersichtlich wird teilweise. Und dennoch, Simon, sehe ich mich immer noch vor der Fragestellung dafür, dass dieser neue Player hier eingeführt wird. Und dafür, dass zum ersten Mal die großen, tiefen, Utopie ankratzenden Fragen in Star Trek gestellt werden, müsste nicht vielleicht doch ein D. Kelly Award an diesen Zweiteiler drangehängt werden. Ich weiß das nicht. Mir fehlt das Herz. Die Theorie stimmt in dieser Folge. Das Herz fehlt mir. Das Herz ist eben das, was du sagst, die Sympathie. Vielleicht irgendwas Persönliches, was mit Hudson passiert ist, was den irgendwie da reingezogen hat. Mehr von Hudson. Ich sehe keinen D. Kelly. Ich finde das zu, nee, ich, nee, nee. Da habt ihr es. Der Daumen geht nach oben. Tut mir leid. Tut mir leid für alle Marquis-Fans. Es reicht mir nicht. Ja. Hätten sie die erste, zweite Folge so durchgezogen, wie sie mit der ersten angefangen hätten. Wie die erste? Eigentlich ein Homerun. Aber dann die ganzen Sachen, die nicht so gut waren, kamen jetzt leider ans Tageslicht in der Folge. Und trotzdem, auch wenn es einen Daumen nach oben gibt, nur, nur einen Daumen nach oben gibt, das ist ja schon eigentlich mal genug. Kann man sich auch mal drüber freuen. Würde ich noch als letztes Teil meines Fazits sagen, es ist eine der besseren Zweiteiler Auflösungen. Weil es oft passiert, dass der zweite Teil komplett über seine eigenen Füße fällt, weil man sich nur über den Cliffhanger Gedanken gemacht hat und dann danach sich da so faul wieder rausarbeitet. Und das macht man hier nicht. Man hat sich hier schon große Mühe gegeben, eine wirkliche Weiterführung der Geschichte zu machen. Dass das jetzt nicht bis ins hundertste Prozent gelungen ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber es ist kein missglückter zweiter Zweiteiler Teil, von dem wir schon, weiß Gott, viele hatten. Ja. Kritik auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Also die Folge hat ein sehr hohes Niveau. Unsere Kritik, das könnt ihr entscheiden. Wenn ihr das findet, das ist das Gute, was wir hier machen, www.trackamdienst.de slash unterstützen. Dort findet ihr Möglichkeiten zu unterstützen. Macht davon bitte fleißig Gebrauch. Ansonsten gibt es nächste Woche natürlich wieder eine Track-and-Dienst-Folge, nämlich Boxvergeltung, Sebastian. Boxvergeltung zu Englisch heißt die Episode Bloodlines. Und ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Angstgegner für mich, diese Folge. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich habe nicht so viel Bock auf nächste Woche Bloodlines. Habe ich nicht so gut in Erinnerung. Aber vielleicht werden wir total aus den Sandaletten geblasen auf einmal von der Geschichte. Kann ja auch sein, wir wurden ja schon oft genug überrascht. Aber Simon, für Leute, die vielleicht im Laufe von sieben Tagen, die zwischen Dienstagen vergehen, eine gewisse Sehnsucht nach uns entwickeln könnten, da haben wir ja tröstliche Nachrichten noch. Absolut. Auf zauberlaterne.de findet ihr dann eine brandneue Episode um SS-Feed der zauberlaterne.de und natürlich auch auf YouTube. Im YouTube-Kanal eine Videoshow von uns beiden. Wir sprechen über den dritten Teil unserer Skudelni-Logie, unserer Lehrer-Trilogie. Eine hervorragende Idee von Sebastian. The Paper Chase. Zeit der Prüfung. Jawohl. Und diese Besprechung, diese Filmbesprechung von uns werdet ihr am Donnerstagabend zur Primetime auf YouTube erleben oder aber am Freitagmorgen nach dem Aufstehen in euren Podcatchern finden. Ja, wir haben uns jetzt mal eine zweigleisige Veröffentlichungsweise bei der Zauberlaterne. Ja, wir experimentieren ein bisschen. Wir experimentieren. Wir experimentieren gerade ein bisschen. Sicher ist, ab Freitag haben es alle. Ja. Schaut fleißig rein. Abonniert den YouTube-Kanal für die Zauberlaterne, falls ihr es noch nicht getan habt. Da könnt ihr uns auch helfen. Da müssen wir gewisse Thresholds erreichen, damit YouTube uns ganz toll findet und wir noch viel mehr Podcasts machen können. Ihr wisst, was ich meine. Also von daher, da bitte auch mal ein YouTube-Abo uns hinterlassen auf Zauberlaterne. Das war's. Wir sind lang genug. Sebastian, das ist immer ein großes Fest. Schöne Folge. Ihr da draußen. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Gute Nacht. Eine Galaktisch-Aufs-Ort-2023-Produktion. Eine Galaktisch-Aufs-Ort-2023-Produktion.